Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerd-Herz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag Nerds, Christian ist heute gar nicht da, ich habe gelogen im Intro, beziehungsweise der Sprecher hat gelogen im Intro, heute ist nämlich der Viva, nee nicht der lila Launebär, der Viva wundervolle Max am Start. Ein ehemaliger Arbeitskollege, den habt ihr eventuell auch noch in Erinnerung als merkwürdigen Vampir aus dem letztjährigen Adventskalender, wo wir unsere Pen & Paper Online Session mit furchtbarer Audioqualität hatten. Ja, hallo Max. Ja, hallo, schön da zu sein, danke, hi. Ja, das ist jetzt eine relativ spontane Sache, ich habe dich gestern gefragt, hey Max, was machst du denn morgen, hast du Lust spontan Podcast-Folgen aufzunehmen? Ich habe gesagt, wenn ich nicht so einen Schlimmkater habe, komme ich vorbei, ja. Ja, ich habe tatsächlich deine Sprachnachricht heute Morgen nochmal angehört und habe mir überlegt, wie wahrscheinlich ist es, dass du pünktlich hier bist. Leute, die das jetzt nicht verstehen ist, glaubt mir, es passierten Dinge, die mich zu diesen Mutmaßungen hingeleitet haben und du sagtest ja sinngemäß so etwas wie, also gestern, so gegen, irgendwann zwischen 17, 18 Uhr oder so hattest du mir die Sprachnachricht, glaube ich, geschickt, im Sinne von, ja, ich bin jetzt gleich noch auf einer Halloween-Party, Okay, morgen früh, wenn ich irgendwie wieder fit bin, schaue ich mal und überlege mir eine Stunde was zu den Themen, die wir besprochen haben. Und da dachte ich mir schon, okay, er schreibt mir, ich sag mal so, 17, 18 Uhr ist für mich so gefühlt später Nachmittag, früher Abend. Da hieß es schon, ich gehe gleich auf eine Party und trotzdem ist die Tendenz, wenn ich morgen irgendwann wieder fit bin, ich dachte mir so, oh, 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 das wird schwierig. Aber hey, hier bist du und tatsächlich äußerst pünktlich. Ja, das ist, wenn man im Schichtdienst arbeitet, dann merkt man einfach, dass man Schlaf gar nicht mehr braucht. Ja, oder generell in sozialen Berufen, Schlaf und Erholung ist ja generell ja auch überbewertet. Ja, das ist, ich habe jetzt, hat überhaupt nichts mit dem Thema, überhaupt nichts mit Podcasts oder sonst was zu tun, aber mit Pflege und sozialen Berufen, ich habe jetzt, das erwähne ich jetzt auch nur, weil du ja auch ursprünglich gelernter Kinderpfleger bist. Das war ja der Bereich, in dem wir zusammengearbeitet haben im Kindergarten. Damals, lange, lange ist es her. Und ich habe jetzt von einer Bekannten aus der Pflege gehört und ich kann mir kaum vorstellen, dass das der allgemeine gesundheitliche Standard gerade in diesem Bereich sein kann. Also zwei Dinge habe ich von ihr gehört. Zum einen, sie war Corona-positiv, arbeitet im Altenpflegeheim und ihre Anordnung war von den Chefs, du bist positiv, hast aber keine Symptome, also zieh dir eine Maske an und geh arbeiten. Das ist krass. Das kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das A rechtens und B der vorgesehene Plan aktuell ist, auch mit Inzidenz hier, also das kann ja nicht sein, also hä? Also ich habe ja auch eine ehemalige Freundin, die ja auch im Altenpflegebereich gearbeitet hat und die hat gesagt, dass sie teilweise ja sieben Tage durcharbeitet, also der Personalschlüssel ist ja so schlimm. Ich kann mir vorstellen, dass es so gewesen ist, dass sie einfach gesagt haben, jo, du bist fit, du musst arbeiten, ja, also die Personalschlüssel, ja, natürlich. Aber du verteilst die Scheiße ja, also auch, selbst wenn es dir super geht, mir ging es ja zum Beispiel auch von meinen zehn Tagen, ich war ja im Februar war ich positiv, 22, von den zehn Tagen, wo ich in der Quarantäne war, das war damals ja schon so, dass du nach fünf Tagen dich hättest oder sechs, acht Tagen oder irgendwas hättest dich raustesten können. Ich habe gesagt, scheiß drauf, ich mache das bis zum Ende durch, dann bin ich auf Nummer sicher und dann teste ich mich. Und lustigerweise, die ersten sechs, sieben Tage hatte ich gefühlt gar nichts, außer ab und zu mal ein kleines Hüsteln, also wirklich nichts Wildes. Also da hatte ich schon schlimmeren Husten, ganz normaler Art. Aber die letzten zwei Tage, die haben mich richtig umgewrackt und ich war so froh, dass ich mich nicht habe früher raustesten lassen, weil es wäre wahrscheinlich vom Wert her schon so gewesen, dass ich hätte arbeiten können. Und dann hat es mich richtig rumgewrackt und die zwei Tage danach, also danach war auch alles gut und die zwei Tage danach auf der Arbeit, die ersten zwei Tage, ich konnte so diese Stühle runterstellen morgens. Nach drei Stühlen habe ich geröchelt wie so ein Rentner, ich konnte nicht mehr. Nur so eine Bewegungsstuhl vom Tisch auf den Boden stellen, ich dachte mir, ey, was ist hier los? Ja, also das ist bei mir ähnlich gewesen. Ich hatte ja auch dann Corona, ich war beim zweiten Schwung dabei. Beim zweiten Schwung. Ja, ich habe beim ersten Mal gesagt, ich bin immun, mir könnte jemand ins Gesicht spucken, ich würde es nicht bekommen. Und dann hat tatsächlich meine Tante irgendwann ein Bier mit mir geteilt und ruft mich am nächsten Tag, oh ja, übrigens, ich bin an Corona-Positiv gewesen, mir geht es ganz einfach schon so schlecht, aber ja, wir haben ja ein Bier geteilt, vielleicht willst du auch mal. Ich sage, ah, nee, komm, kein Problem. Am nächsten Tag wache ich auf und ich habe gedacht, ich wurde vom Zug erfahren, aber ich habe auch keine Schupfensyptome gehabt, sondern alle Verletzungen, die ich jemals in meinem Leben hatte, sind immer gleichzeitig aufgetreten. Ich habe Schulterschmerzen gehabt, Knieprobleme, Rückenschmerzen, Haut, meine Haut hat wehgetan. Ja, einfach, also ich habe die ganze Zeit, es war sehr merkwürdig, weil ich Rückenschmerzen und die Haut am Rücken hat wehgetan. Warst du ein verwundbarer Fleischsack? Ja, es hat sich wirklich angefühlt, so habe ich nachts einfach immer vorbeikommen, wäre er mich verprügelt. So, ja, aber ich konnte super atmen, ich konnte super laufen, kein Problem. Aber so reagiert ja auch jeder anders. So, wir schweifen tatsächlich ein bisschen ab durch meine kleine Seitenanekdote, es tut mir sehr leid. Wir sprechen heute eigentlich über was komplett anderes, was ihr vielleicht am Folgentitel schon erkannt habt und zwar über Gadgets. So, im kleinen Vorgespräch muss ich einen kleinen Disclaimer voraushauen, es wird wahrscheinlich Gadgets im sehr weiten Sinne. Sagen wir vielleicht mal Gadgets schrägstrich benutzbare Gegenstände. Ich würde es bei mir schon fast als Kaufempfehlungen, also alle meine Gadgets, die ich als Gadgets gelabelt habe, habe ich selbst gekauft, selbst ausprobiert und ich habe versucht Sachen reinzunehmen, die ich gekauft habe, die nicht jeder hat, die ich immer noch benutze. Ja, vielleicht lockern wir es einfach auf, man wird es ja am Ende am Folgentitel sehen, der steht ja noch nicht fest. Also wir wollen über Dinge sprechen, die wir uns gekauft haben, vielleicht sind es mal mehr Gadgets, vielleicht sind es auch einfach die typischen TikTok und Instagram Werbeopferdeals. Da habe ich auf jeden Fall auch eins auf jeden Fall dabei und generell uns ein bisschen darüber austauschen über, warum kauft man sich sowas? Ja. Was ist der Sinn, also das zum Beispiel, da können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen, über die eine Anschaffung, über die wir gerade vorab schon mal gesprochen haben, hier dieses Ding. Ich mache nur gerade eine Geste. Achso. Ich hatte gerade kurz Angst, dass du mehr Informationen hast. Was für elektrobetriebene Geräte hast du dir denn sonst gekauft? Auch, auch, ja, habe ich auch. Ach komm, komm, nee, stopp, 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 Achtung, das ist mir zu sass. Wie man so schön sagt. Übrigens, jetzt einmal kurz, als du das gerade gemacht hast, du bist ein großer Faktor, warum ich mir unnötige Sachen kaufe. Jetzt will ich auch so ein Ding. Wir haben kaum Kontakt, du Arschloch, warum bin ich schuld an dem Scheiß, den du dir kaufst? Wir schreiben alle paar Monate mal. Ja, aber wenn ich mal hier bin, dann empfehle ich dir noch nicht mal irgendwas. Ja, ich sehe und ich will haben, ja. Okay, jetzt muss ich vorgreifen und ich sage an dieser Stelle, ich habe keine Rudermaschine. Ja, die hat mich jemand anderes geinfluenzen. Okay, gut, alles klar. Also wir sprechen heute über... Rudermaschinen. Auch vielleicht. Wir sprechen über Dinge, die wir uns gekauft haben oder kaufen wollten und vielleicht nochmal gerade so die Kurve gekratzt haben. Das geht mir tatsächlich relativ oft so mittlerweile. Früher habe ich einfach alles gekauft. Mittlerweile muss ich ein Haus abbezahlen und denke mir so, oh shit, vielleicht kaufst du doch nicht alles. Ja. Gut, lass uns doch mal anfangen. Ich habe als allererstes einen ganz kleinen Klassiker. Und zwar einfach etwas, was ich mir schon mal gekauft habe und was ich original einmal benutzt habe, es scheiße fand und einfach an die Seite getan habe und ich weiß nicht mal mehr, wo es ist. Bin gespannt. Und zwar den Klassiker im Computeranwendungsbereich, einen USB-Ventilator, der in seinem Ventilator Dingens so LED-mäßig eine Uhrzeit anzeigt. Ja, die Dinger, die du auf jedem Flohmarkt irgendwo siehst. Genau. Ja, ja. Wo die dir Geld geben, damit du es mitnimmst. Ja, ja, richtig. Und den Erstgeborenen noch dazu. Aber warum? Ja, das ist so das Ding. Das ist so ein typisches Ding. Also habe ich vor vielen, vielen Jahren wirklich gekauft. Und ich dachte mir, es wäre einfach geil, weil am PC, jetzt kommt der Gedankengang, halt dich fest, am PC habe ich keine richtige Uhr. Du merkst da schon vielleicht, wo der Fehler ist. Dass dein PC keine Uhr hat? In der Taskleiste ist eine Uhr. Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, ja. Und ich habe in der Regel auch meine Armbanduhr an, aber das war damals noch nicht der Fall. Aber theoretisch habe ich jetzt in dem Moment hier zwei PCs, die ja separat voneinander laufen, also zwei so. Ja. Und damals dachte ich mir, ich habe am Computer keine richtige Uhr. Ich bin ein Freund von einer echten Uhr, weil wenn du ingame bist oder so, du guckst ja da nicht immer auf die Taskleiste. Natürlich. Und ich bin jemand, der sehr schnell in Spielen versinkt und ich schätze eine Uhr am PC. Und das war so der ursprüngliche Gedanke. Wann wird jetzt der ursprüngliche Gedanke? Ja, nicht. Tick, tack, motherfucker. Und jetzt kommt eine Reihe von unerfreulichen Ereignissen, die dazu geführt haben, dass es absoluter Schrott ist. Zum einen ist meistens meine Tower-Position, so wie du es jetzt bei mir siehst, also sehr weit unten in Bodennähe. Ja, ja, ja. Das heißt, wenn ich da per USB was dran stecke und das war tatsächlich nur wie so eine, kennst du diese biegbaren Leselampen? Ich habe die Dinger schon sehr oft in der Hand gehabt. Ich weiß ganz genau, wie das aussieht. Gibt es ja zig Modelle von, auch mit Kabel und so weiter. Aber ich hatte halt so eins mit einem USB-Stecker, dann so ein kleines biegsames Ding. Silber, ne, genau, ja. Und, also im Prinzip waren es so vielleicht zehn Zentimeter vom USB-Slot entfernt. Das heißt, ich musste immer quasi von meiner normalen Sitzposition in Richtung meines Knies gucken, um die Uhr abzulesen. Was richtig dumm war. Gleichermaßen dumm war, der Ventilator hat dann so von unten leicht gegen meinen Kinn geweht und von der Entfernung her schon kaum noch was gebracht. Also es war, beide Funktionen waren eigentlich komplett sinnlos. Ja. Dann hatte ich irgendwann den geilen Gedanken, weil ich sowieso mal mein ganzes Setup umgebaut habe, hey, ich habe dann, ich habe jetzt ja sowieso so einen kleinen USB-Hub auf dem Tisch stehen, weil zu viele USB-Geräte, bla bla bla, man will ein bisschen flexibler sein beim Umstecken und so weiter, packst du den da rein. Das habe ich einmal gemacht, danach brauchte ich den Platz für was anderes und dann war es weg. Unglaublich, wie lange du dieses Pferd geritten bist. Ich hätte es nach dem ersten Mal einstecken und nicht gesagt, es war eine dumme Idee, schmeiß es weg. Das ist eigentlich so ein Gerät, wo man vor dem Kauf merken sollte, das ist scheiße. Ja, ich habe gedacht, die Bronte ist jetzt einfach, dass du irgendwann da reingegriffen hast, weil es jetzt in der Reichweite wäre, das ist ja mir passiert. Das ist ja das andere, die haben ja nicht mal richtig viel Power. Ja, das ist ja genau, das ist ja egal. Und das Problem bei USB-Gadgets generell ist, egal wie viel Strom die verbrauchen, die ziehen halt verfügbaren USB-Strom. Oh, okay. Das Problem habe ich jetzt zum Beispiel auch am Gaming-PC, wenn ich, also ich habe hier vorne so zwei Front-USB-Anschlüsse und ich habe hier eine alte Aus-Ciao-PS5-Controller. Ich habe gehört, der neue soll ja eh nicht so teuer sein, haha. So eine ausgebaute SSD-Festplatte, die ich ab und zu mal anschließe, so datensicherungsmäßig und so ein paar Sachen einfach. Wenn ich die anschließe, muss ich einen von den beiden Front-Dingern rausnehmen, logischerweise, ist dann meistens der PS5-Controller, der jetzt irgendwie auf dem Boden liegt. Wenn ich das mache, funktioniert aber der USB-Dongle daneben nicht, der für meine Tastatur ist. Das heißt, wenn ich mit dieser Festplatte arbeite, habe ich in der Zeit keine Tastatur, weil einfach die Festplatte zu viel USB-Strom quasi zieht. Das habe ich aber mal eine dumme Frage, ja. An den Meister der USB-Dongles. Hast du nicht am Rückseite deines PCs einen USB-Input genau für eine Tastatur? Ja, aber das hat wieder einen anderen, das ist das Problem. Das Rabbit Hole, ja. Ja, wirklich, das ist das Problem bei meinem Setup hier. Ich habe ja zwei unterschiedlich, also zwei separate Rechner, aber nur einmal Maus und Tastatur. Aha. Und die sind über Netzwerken miteinander verbunden. Ich verstehe. Und manchmal zickt das ein bisschen und dann muss ich den USB-Dongle von der Tastatur kurz rausziehen, wieder reinstecken und dann passt das wieder. So, weil sonst kann es sein, dass ich auf dem linken Rechner festhänge und hier nicht mehr auf den, da wo es eigentlich angeschlossen ist, hinkomme oder nicht mehr, also. Da gibt es bestimmt ein Gadget. Es hat, ja, einen Ventilator zum Beispiel. Nein, es hat Gründe, dass der Dongle hier vorne drin ist tatsächlich. Der war erst hinten, aber das ist beim aktuellen Setup auch super ätzend, das entsprechend rauszukriegen, wenn du mal dran musst und deswegen ist der da vorne. Jedenfalls, USB-Strom für die USB-Slots steht ja nur zu einer bestimmten Menge zur Verfügung. Das Problem ist, diese SSD-Festplatte braucht halt relativ viel. Dieses USB-Adapter-Ding ist ja nur, damit du sie nicht eingebaut haben musst. Verstehe. Du machst quasi aus der eingebauten, hier sogar noch auf diesem Schlitten drauf, aus dieser eingebauten eine externe Festplatte. So, eine normale externe Festplatte, die du an und abmachst, wäre vielleicht sinnvoller. Wahrscheinlich. Wäre wahrscheinlich auch stromeffizienter, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, so, ich hebe mal kurz den Controller auf und in der Zeit kannst du mir überlegen, was du hast, um diese Scheiße spontan zu toppen. Ja, 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 warte, warte, warte. Ich warte die ganze Zeit, dass ich feiern kann. Ich bin so nett und sage die ganze Zeit, ja, mir ist was eingefallen, dass es nicht auf meiner Liste ist. Aber es ist ähnlich, also es ist... Es ist ähnlich dumm? Es ist ähnlich dumm und aber mal, weil der Preis sehr viel höher ist. Das habe ich mir nicht gekauft, aus dem Grund, weil ich da das erste Mal gesagt habe, okay, Max, das ist dumm, was du da machst, ja. Also das kleine Teufelchen war stärker. Ja, also es hätte, wäre das Ding 100 Euro günstiger gewesen, hätte ich es jetzt. Ich teeser schon an, ja. Gott, wenn du das schon in der Größenordnung sagst, wäre es 100 Euro, okay, ich bin gespannt. Also ich habe auf TikTok kriege ich sehr viel auch Gadget-Dinger. Also ich bin Mr. Gadget, ich habe alles. Man nennt mich auch Inspektor, kaufst alles. Ich dachte, man nennt dich Weltraumkapitän. Weltraumpräsident, mein Kammergerl nennt man mich, ja. Ab und zu nennt man mich so, hä? Die Insider, ja. Meine Frau übrigens, als sie heute Morgen zur Arbeit gefahren ist, ja, sie darf heute arbeiten, nett, sagt heute Morgen, oh Gott, ich will gar nicht wissen, was nachher passiert. Und ich so, hä? Der Max kommt doch nur vorbei. Und sie, ja, ich sage nur Weltraumpräsident, mein Kammergeil. Weltraum und Kammergeil. Und ich sagte dann nur so zu ihr, ja stimmt, du hast recht, manchmal passieren komische Dinge. Wäre ja eigentlich mal Zeit für eine Fortsetzung von diesem grandiosen Song. Ja, ja, ja. Ich bin immer, 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 immer Hammergeil auf dem Song. Oh Mann, ey. Leute, die das jetzt gerade nicht verstehen, denken sich auch, wovon reden sie? Also, dein Gadget, das viel zu teuer gewesen wäre. Also, ich bin, also ich folge sehr vielen TikTok-Accounts, die mir auch Gadgets vorschlagen. Und es gibt seit mittellanger Zeit auf diesem Planeten sowas wie Projektoren, also quasi das ist ein großer, genau eigentlich das gleiche Prinzip, wie du mit deinem USB-Ventilator hast. Das, das Ding dreht sich, aber es hat so in den Speichen ganz viele kleine LEDs. Das heißt, so ein Hologramm? Genau, Hologramm, genau, ja, genau. So ein riesen Ventilator einfach und der dreht sich. Und ich hatte eine Küche, ich habe meine Küche irgendwann mal umgebaut. Ich habe genug Geld in die Hand genommen und habe gesagt, du kaufst jetzt jeden Scheiß, du gerne hättest, baust das in die Küche rein und ich habe da eine Bar jetzt drin, wo Leute sitzen. So ist das, also ich koche da wenig, ich spiele sehr viel. Ich wollte gerade sagen, als du gesagt hast, du hast Geld für die Küche in die Hand genommen, ich dachte, du meinest Regale, um Kartons zu stapeln. Nein, nein, nein. Ich kann nicht, ich habe noch, ich habe dich ja noch nie kochen erlebt. Richtig. Also wie lange kennen wir uns, wann hast du damals in der Kita angefangen? Seit 2013 bin ich hier, 2014 oder 15, ne? Ja, kann sein. So in dem Dreh. Und ich habe dich seitdem noch nie etwas kochen gesehen, wobei man fairerweise sagen muss, wir treffen uns in der Regel zum Pen & Paper spielen oder irgendwie zum Chillen und Zocken oder so. Ja, guck ich, wenn ich kochen würde einfach, ja. Ja, wäre nett. Obwohl, ich habe dich auch schon, ich habe dich auch einfach irgendwo mein Paket abholen getroffen und du hast Brot gebacken, also. Das war auch, fand ich auch voll merkwürdig. Du kamst raus mit Teig an den Händen und sagst, ich backe gerade mein eigenes Brot. Fand ich auch so, what the fuck, einfach, ja. Fahr doch halt zum Bäcker. Ja, richtig. Das ist auch wieder, ich war, ich bin auf dem Heimweg, habe ich auch gedacht, Max, du brauchst eine Brotbackmaschine. Habe ich auch nicht gemacht. Du hast doch einen scheiß Backofen, du brauchst keine Brotbackmaschine. Warte, warte, jetzt, jetzt, warte, jetzt, warte. Erzähl jetzt von deinem scheiß Gadget an. Warte, 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 einmal möchte ich kurz erzählen, ich werde immer ausgelacht, weil ich eine Heißluftfritteuse auf meinem Schreibtisch habe. Deinem Schreibtisch? Ja, weil ich. Also Heißluftfritteuse ist geil? Ja, und auf dem Schreibtisch ist es noch geiler einfach, ja. Weil ich komme nach Hause und ich habe. Habe ich keinen Platz. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe weder, also ich habe ein Haus geerbt, eine Wohnung geerbt zumindest, ich bezahle keine Miete, ich habe keine Kinder und mein Einkommen hat sich seit meinem Jobwechsel verdoppelt. Wir leben doch noch. Spoiler. Wann wird das ausgestrahlt? Vor der Verjährungsfrist, würde ich sagen. Ja, dann revidiere ich meine Aussage. Jetzt weiß ich, warum du mich lange nicht mehr eingeladen hast. Ja, richtig. Wir sind doch am Schimmeln. Gut, erzähl es von deinem scheiß Gadget. Ich bin neugierig. Wir waren eine große weiße Fläche bei mir in der Küche und ich habe gedacht, oh geil, da wäre sowas geil. Dann habe ich überlegt, kauf so einen Beamer, der da hinbeamt und bla bla bla. Für die Küche. Für die Küche, ja. Weil da ist mein, das ist mein Gästebereich, da sitzen meine Leute, die kriegen Cocktails, selbstgemachte Cocktails von mir. Was ist noch ein Wohnzimmer? Ja, das ist das andersweitige Gadgets. Also da sind andere Sachen rum. Zum Beispiel. Helft mir Leute, holt mich hier raus, auf was habe ich mich eingelassen? Also nochmal kurz, ein Zeitding einfach, da steht auch meine Ein-Mann-Sauna, die verbraucht sehr viel Platz. In der Küche. Nee, in dem Wohnzimmer, deswegen sterbe ich in der Küche. Ich merke, ich war tatsächlich schon länger nicht mehr da. Auf jeden Fall, es ist ein riesen Ventilator, der Hologramme projizieren kann. Und ich habe gedacht, wie geil das Ding einfach aussieht. Und ich habe gedacht, du kannst halt eigene Hologramme drauf machen. Ich habe gedacht, boah, wie geil wäre das auch als U-Ersatz oder supergeil. Und die Videos sind immer geil. Und ich habe auch manchmal so bei Mr. Baker, die haben das, haben in Köln-Hoppernhof, haben die glaube ich so ein Ding auch da rumliegen. Und da haben die so richtig geile Animationen drin, so kauft unser Brot. Brot. Und so geil. Und ich habe gedacht, kauf dir das Ding, Max, kauf dir das Ding. Bis ich dann mal ein bisschen YouTube-Recherche gemacht habe und das erste Mal ein Video davon gesehen habe mit Ton. Und der Gag dahinter ist scheiße laut einfach. Es ist ein großer Ventilator, ja. Ja, es bewegt sich ja halt. Ja, aber ich habe gedacht, okay, da wird ein kleiner Motor drin sein. Es ist ein bisschen, also ich habe gedacht, es wird vielleicht maximal eine laute Summe machen. Aber du sitzt davor, es ist ein Ventilator, der läuft, der sich richtig schnell dreht. Und stell dir mal vor, du sitzt in der Küche und deine Uhr ist einfach ein riesen Ventilator, der einfach richtig sitzt in der Küche. Hallo, ja, kein Problem. Und das Ding ist so. Und die Dinger sind furchtbar teuer. Du kannst was? Richtig. Mach mal kurz den Hologramm-Generator aus. Richtig, richtig. Und ich in der Küche, ich bin immer zu Gange und ich packe überall rein. Also ich habe mir schon mal einen Fingernagel fast abgetrennt, weil ich in den anderen, also den laufenden Computer gucken wollte, wie heiß was gelaufen ist und habe dabei in den Lüfter gepackt. Und dann ist einmal Blut. Triggerwarnung, andersrum vielleicht. Achtung, abgetrennte Finger. Achso, Story ist vorbei, ja. Ja, ja, dann war halt überall auf meinem Mainboard war Blut von meinem Finger. Also ich bin sehr, sehr ungeschickt, was solche Sachen angeht. Und deswegen darf ich keine schnell rotierenden Sachen in meiner Küche haben. Tipp Nummer eins. Rechner schließen. Ja. Ausmachen wäre auch schon gut gewesen. Ausmachen, bevor du reinfasst, ja. Oder schließen während des laufenden Betriebs. Investier doch anstatt in einen Hologramm-Generator mit der Lautstärke des Berliner Flughafens, falls er dann irgendwann mal vollumfänglich funktioniert, in einen Deckel für deinen Computer. Das war in meiner Jugend einfach, da konnte ich mir noch gar nichts leisten. Ich meine, ich kenne das auch, aber wenn ich weiß, dass ich dazu tendiere, meine Gliedmaßen abzusägen durch alltägliche Handlungen, dann mache ich vielleicht den Deckel zu. Ja. Das sind Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe, ja. Jetzt, jetzt habe ich, seitdem habe ich nicht mehr meinen Finger in rotierende Sachen reingesteckt. Siehst du, das ist so ein Geben und Nehmen. Du gibst Körperteile und sammelst Erfahrung. Ja. Übrigens, kleiner, kleiner. Das ist ja klar, warum du so klein bist. Das hast du auch mit Füßen gemacht. Ich war zwei Meter groß einfach, ja. Und das hat, Erfahrungswert hat mich runtergeschafft. Bist du beim Füße hochlegen immer im Lüfter deines Rechners gelandet bist. Den entdecken wir Intellator früher noch, ja. Okay. Komische Sitzposition, aber okay. True, true. Fledermaus-Style. Ja. So. Dann haben wir, du hast mich schon getriggert. Wir sprechen jetzt über 20 Minuten und haben gerade zwei Gadgets abgehakt und kurz, Max hat vor der Session noch gesagt, ja, also eigentlich war der Plan, wir suchen uns beide fünf raus. Es geht darum, eine Stunde ungefähr zu füllen. Er sagte, ne, ich habe mich da nicht dran gehalten, ich habe mir 30 rausgesucht. 30 gute, 30 schlechte, also insgesamt 60. Also willkommen zur Enzyklopädie der Kauffehler und Empfehlungen. Und ich musste mich bei 30 deckeln. Ich hatte, ich habe tatsächlich einfach mein Amazon, also ich habe einfach nur meinen Amazon Verlauf angeguckt. Einfach ausdrucken, da habe ich meine Liste. Genau, das Lustige war einfach, ich habe nur vom letzten Jahr gemacht. Ach, du Scheiße. Und ich habe sehr vieles rausgelassen, so wie Socken, Hemden und so ein Scheiß, das habe ich ja rausgelassen, was kein Gadget ist. Aber 90 Prozent davon würde man ein Beitrag haben. Kommt drauf an, wie du die Socken benutzt. Also ich habe auch, warte, glaube ich, Platz 16 ist Thermounterwäsche einfach, habe ich auch aus Gadgets genommen, weil, erst mal sehr praktisch, weil ich ab und zu nur im Thermounterhemd arbeite. Aber jetzt mal, Butter bei die Fische, Kleidung und so weiter ist ja nun wirklich kein Funktionskleidung. Funktion, Gadget. Das ist kein Gadget. Wenn du da noch Kopfhörer dran anschließen kannst, also dann wäre es vielleicht ein Gadget. Ich habe eine Weste, die wird USB-Würdig geheizt. Ich würde ja sagen, es wundert mich, Max. Aber nee, es lässt mich komplett kalt. Alles. Ich besitze wirklich alles, abgesehen von einem Ventilator, der Hologramme macht. Außer Selbstbeherrschung. True, 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 true. Ich muss mich ja, also manchmal weine ich alleine in meiner Sauna. Ja, gut. Also das Ding ist, an diese Kaufentscheidung, also davon bist du ja abgekommen, wie du gesagt hast, gratuliere dazu. Also das wäre wirklich dumm. Also ich glaube, du hättest dich wirklich, wirklich geärgert, wenn das in der Küche gestanden hätte. Ja. Hätte ich meinen, alle in den, außerhalb der Küche standen, hättest du sagen können, der Brotbackautomat läuft gerade. Sie hätten es dir geglaubt. Aber. Jeder, der mich kennt, sagt nein. Nein. Brot ist keine bestellte Pizza. Absolut richtig. Ähm, ich hab sowas ähnliches auf meiner Minusliste. Und zwar, ich fand es mal sehr geil. Und zwar hatte ich bei meinem alten Handy das Problem, dass irgendwann dieser USB-C-Slot so ein bisschen ausgenudelt war. Genau das gleiche, ja. Und zwar Induktionsladegerät. Hab ich auch Platz sechs. So. Und mein Grundgedanke war, also grundsätzlich finde ich die gut. Hab ich, ja. Weil du einfach den Ein- und Ausgang schonst. Gerade wenn du jetzt so ein Handy hast, wo nur noch ein USB-C oder Lightning oder was auch immer dran ist. und nicht mehr den normalen Kopfhöreranschluss, brauchst du das ja irgendwann auch so zum Hören. Wenn du keine Bluetooth-Kopfhörer hast. Ne. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Äh, Platz sechs auf meiner Liste. Und. Ich dachte mir, es wäre halt geil, das einfach Induktiv zu laden und so weiter. Dann hast du auch immer nicht dieses Rumgefummel, wenn du es irgendwie in der Nacht, wenn du aufs Klo gehst oder morgens, wenn du aufstehst oder was auch immer, irgendwie da enden. Ich vergesse, dass du über 30 bist, dass du nachts auf Toilette musst. Ne, muss ich tatsächlich selten. Aber ich stehe oft sehr früh auf. So, und das ist quasi in der Nacht noch alles dumm. Ist ja auch egal. Jedenfalls ging es mir drum, den USB-Port zu schonen und dachte, induktive Ladung wäre cool. Ist es im Prinzip auch? Ist es. Davon ab, dass es ein bisschen länger lädt, aber das stört mich eigentlich nicht. Jetzt habe ich übrigens ein 120-Watt-Ladeteil am aktuellen Handy, dass das Ganze von 0 auf 100 in 20 Minuten lädt. Das ist absolut insane. Das klingt nicht gesund. Das ist absolut, das wird nicht mal besonders heiß. Das wird ein bisschen, also es ist insane. Ja. Aber das verändert auch dein Ladeverhalten tatsächlich. Also wenn das, wenn das abends zum ins Bett gehen 8% hat oder so, dann scheiße ich drauf. Ich lade das morgens während des Duschens auf, fertig. Krass. Also das ist angenehm. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist Induktionsladung eigentlich gut, bis ich dann das am ersten Abend auf das Ladegerät gelegt habe. Denn sobald die Ladung beginnt, hatte dieses Ladegerät, ich hatte zwei verschiedene Getests und beide haben dieselbe dumme Funktion, weil es scheinbar eine Designentscheidung ist. Eine LED-Ladeanzeige, was einfach fast so hell ist wie meine Nachttischlampe. Ich verstehe, ja. Es ist fucking hell, fucking nervig und ich habe leider auch das Problem, dass ich so von meiner Liegeposition oft in die Richtung Nachttisch quasi gedreht schlafe und es ist fucking nervig. Dazu würde ich gerne einhaken an diese Geschichte, ja. Und zwar, wer uns beide, also den Markus kennt man wahrscheinlich eher, weil man ja den Podcast hört, also vielleicht ist man schon aus seinem Leben, aber ich würde sagen, wir interessieren uns für die gleichen Sachen, aber es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen uns. Der Markus ist ein sehr organisierter Mensch, ich nicht. Ich gucke mich hier gerade mal so um und überlege, wie organisiert. Also für mich ist das nur aufgeräumt, was hier drin ist einfach, für mich ist das Picobello aufgeräumt. Ja gut, es liegt halt echt viel rum gerade irgendwie. Kannst du nicht freitreten. Und ich habe ganz wenige Anker in meinem Leben, also ganz wenige Sachen, die immer an den gleichen Platz kommen und ein induktives Ladegerät besitze ich tatsächlich auch. Brauchst du? Nee, nicht. Anker-Ladegerät? Aha, stimmt, aber jetzt, wo du sagst, mein Induktions-Ladegerät ist auch von Anker. Anker? Die machen gute Sachen. Ja, die machen wirklich gute Sachen. Also immer, wenn ich was sehe und ich sehe, das ist von Anker, gibt es das, kaufe ich es einfach. Ich werde übrigens über Kaufempfehlungen, die wir sprechen, über unsere positiven Dinge, vielleicht auch ein paar von den negativen, wenn sie lustig sind oder so, packe ich euch in die Folgenbeschreibung rein. Könnt ihr mal bei Amazon zuschlagen, wenn ihr wollt. Käufe über den Link unterstützen mich mit einer kleinen minimalen Provision von ein paar Cent, je nach Artikel. Vielen lieben Dank. Also, dann, da kommt schon was, kommt wahrscheinlich was drauf und zwar der Induktive Stand-Up-Ladegerät von Anker, supergeil, habe ich an meinem Nachttisch festgeklebt, einfach. Warum? Weil ich dazu intendiere, kleine USB, also diese Ladestationen, also die USB-Dinger, die Handylade-Dinger sind ja immer USB-Eingänge, die du in eine Steckerleiste reinmachst und dazu gehört ja noch Kabel, das ist ja mittlerweile nicht mehr getrennt. Und da alles bei mir USB-C funktioniert, lasse ich die Dinger immer in der Stecktose stecken, ziehe das Kabel irgendwo raus, bring es zum PC, lad damit irgendwie meinen Playstation-Controller, leg mich ins Bett, schon fertig, ganz entspannt, will mein Handy anschließen, oh scheiße, das Kabel liegt im Wohnzimmer, ja, dann ärgere ich mich. Und deswegen habe ich gedacht, eine NFC-Ladestation kannst du nicht für was anderes verwenden, klebst du da fest auf deinem Nachttisch. Das heißt, ich schlafe, ich schlafe in meinem Bett meistens, also ich gehe in mein Bett, lege mein Handy auf diese Ladestation, aufrecht, und da ist nur eine ganz kleine LED dran, die leuchtet dann grün auf, sobald ich sie reintue. Super angenehm, also das Ding ist supergeil einfach und ja, es ist halt einfach, du kannst, es hat genau die Größe, dass nur dein Handy drauf passt, du kannst es nicht daneben legen, das nicht lädt oder halt so falsch drauflegen, du könntest es querlegen, hochkant, falsch, auf den Kopf, das ist egal, es lädt immer. Supergeil einfach und dann wache ich morgens auf und instinktiv greife ich da hin, einfach weil ich das da hinlegen muss, weil es geladen werden muss. Ich habe auch ganz oft mein Handy auch schon in meinem Bett verloren, weil es an einem Kabel dran war und unter meinem Kopfkissen da gelegen hat. Ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr beschreibende Situation für deinen Organisationsstandard. Ich habe mein Handy in meinem Bett verloren. Ich habe als erstes, als ich meine Alexa habe, habe ich die einprogrammiert, dass ich mich auf meinem Handy anrufen kann, einfach, weil ich mein Handy andauernd verliere. Also, dass ich schreibe meine Wohnung und sage, Alexa, wo ist mein Handy? Und dann ruft Alexa mich auf meinem Handy an. Ich bin da ein bisschen sprachlos gerade. Ich habe mein Handy in meinem Bett verloren. Ja. Vor allen Dingen, wenn du schon sagst, mit Kabel. Ja. Hast du ein 12 Meter USB-Kabel zum Handyladen? Ja. Auch ein geiles Kettchen. Ist das unten im Keller in der Steckdose? Das ist ein bisschen oben hin. Also, da kommen wir schon zum nächsten Kettchen. Du bist sehr, sehr, sehr gut überleitend. Wenn wir mal in meinem Schlafzimmer sind. Ich habe so ein großes Bocksprinkbett. Bock, 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 Bockbett habe ich ja. Bocksprinkbett. Heißt das nicht Box mit B-O-X? Nein, da habe ich sehr viel Bock. Und da bin ich geiler Bock, bin ich da. Genau, deswegen macht das Sinn. Auf jeden Fall. Alter. Da sind erst mal vier Lampen eingesteckt gewesen, jetzt habe ich es wieder raus, mit smarten LED-Börnen. Aber es ist tatsächlich Box B-O-X? Ich weiß es. Nee, ich musste tatsächlich gerade gucken, war ich mir nicht sicher. Nee, du hast mich beim Lügen erwischt. Oder beim Legastheniker sein. Ich habe nichts gelesen, das ist aus meinem Gehirn. Ja, macht es nicht besser. Dummheit nennt man das, ja. Okay. Also, auf jeden Fall, da waren erst mal vier Lampen angeschlossen, die mit meinem Alexa-Wecker verbunden waren. Das heißt, wenn meine Alexa geklingelt hat, dann haben die so alle zwei Minuten die Helligkeit erhöht. Deswegen waren da schon mal, das waren vier Normallampen, die hatten vier Einstecker. Ja, dann habe ich in meinem Schlafzimmer, habe ich keinen Fernseher, weil Fernseher sind ja zu, sind nicht geil genug, sind nicht Gadget genug, ja, für Mr. kauft alles. Und zwar habe ich mir einen Mini-Beamer gekauft, einen LED-Beamer, der auf einem Hängeschrank bei mir über dem Bett ist und die Wand gegenüber von mir projiziert einfach. Verstehe ich das gerade richtig, dass der Beamer bei dir über dem Bett hängt? Richtig, richtig, es hängt über meinem Kopf einfach. Ach du Scheiße, ey, ich hätte Todesangst. Nee, der, also, das ist ja, also, ich habe einen Mini-Beamer, kann ich nur empfehlen. Aber wenn ich das anbaue, weiß ich, dass das nach einer Woche mir in die Fresse knallt, während ich im Tiefschlaf bin. Also, bei uns ist das so, entweder du, wenn du was in die Wand machst, kommt innerhalb von zehn Sekunden wieder runter, weil einfach die Wände sind alle tragend außen. Das heißt, du kommst mit einem normalen Akkubohrer nicht rein. Das heißt, ich habe für dieses kleine Regal mit so einem Schlagbohrer Löcher reingemacht, da könnte ich auch mich nachts drauflegen auf dieses Regal. Ja, wir haben ja auch Betonwände, es geht um meine Fähigkeit, das anzubringen, nicht um die Wände. Ja, ich habe da, ich habe da ein großes Loch reingemacht. Es kann ja sein, dass der auf der anderen Seite wieder rauskommt, das ist kein Problem, also, es ist physisch, glaube ich, nicht in der Lage, von dieser Wand zu fallen. Ah, Leute, die dich nicht kennen, denken wahrscheinlich, du übertreibst, aber ich kann es mir halt vorstellen. Ei, 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 ei. Auf jeden Fall, Empfehlung generell, wenn, also jetzt als Erfahrungswerten, wie ich gesagt habe, kann man sich kaufen, weil ich habe keinen teuren Beamer. Ich habe keinen, ich wollte immer eigentlich so einen Full-HD-Ultra-4K-Beamer, das hat mich aber im Portemonnaie zu sehr gezwickt und dann habe ich gesehen, für 80 Euro, sagen wir 80 bis 100 Euro würde ich sagen, gibt es Mini-Beamer. Da kann man halt die LEDs, also das Leuchtmittel nicht austauschen, die sind einmal, wenn sie kaputt sind, sind sie kaputt, kann man nicht reparieren. Aber machen ein sehr gutes Bild, also für abends Netflix gucken und einfach ein Chromecast rein, ist schon geil. Das einzige Problem ist, die sind luftgekühlt und die haben einen sehr lauten Lüfter drin. Ich wollte gerade sagen, also bei 80 Euro kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ding auch nur ansatzweise gekühlt wird. Genau, also das ist halt sehr laut, es ist halt laut, aber dafür habe ich einfach meine Computerbox und ich habe alte Computerbox und einfach rechts und links, das ist übrigens auch einer von den Steckkern, die da verbraucht werden, habe ich an meinem Bett. Entschuldigung. Und die, das heißt, ich habe, ich höre auf so einer mittleren Lautstärke, ich habe mein Netflix-Zeug nebenbei und es ist halt lauter als der Beamer an sich. Also ich schlafe, ich schlafe dabei auch. Ja, weiß ich nicht, ob ich einen lauten Lüfter mit einem Traktorengeräusch übermalen möchte, also das ist so. Ja, also sagen wir so, also ich generell schlafe immer nur bei lauten Sachen ein, ich höre immer irgendwie noch YouTube oder so einen Scheiß, also das ist halt voll egal. Aber ich hatte mal eine Freundin, die auch in diesem Bett schlafen musste und immer, wenn wir irgendwas geguckt haben, sie hat gerne so Gruselzeug geguckt, das heißt, es war immer sehr viel Bild, aber dafür war es dann ruhig. Und diese Szenen hat es einfach komplett zerrissen, weil es war einfach so, ja Achtung, er kommt und dann wird es halt leise. Also so weit irgendwie, ich gucke halt gerne Action-Zeug, so da fällt das nicht auf, links, bam, 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 so du hörst den Beamer eh nicht, aber in leisen Szenen ist schon nicht unangenehm, aber. Kommt angeflogen auf seinem Lüfter. Richtig, genau, aber Bilddiagonale anderthalb Meter oder so, könnte ich mir niemals als Fernseher leisten, also Bild ist okay. Lass die Rudermaschine weg, dann kannst du dir zwei Fernseher kaufen. Ja, aber, nein, nein, ich will ja auch rudern, ja. Ruder bei die Fische, wie oft hast du gerudert auf der Maschine? Ähm, ich muss kurz ausholen, ich habe ja. Nenn mir einfach eine Zahl. Wie oft? Kilometer? Ne, wie oft hast du sie benutzt in einzelnen Sessions? Ich habe die jetzt knapp ein halbes Jahr, zehnmal. Ja, das ist schon eher wenig für so ein sehr spezielles Gerät, oder? Ja, ja, pass auf, der Gag ist ja einfach, ich hab ja auch eine VR-Brille, die gleiche, die du auch hast. Und da gibt's eine App, da kann man sich, also die VR-Brille aufsetzen und dann rudert man mit den Controller in der Hand und man rudert in VR. Das hab ich verstanden, du hast mir auch erzählt, dass du sie deswegen gekauft hast. Genau, genau. Und ich habe gedacht, das wär ziemlich geil. Das Problem ist aber, dein Gehirn sagt dir ja, du ziehst nach vorne und dann müsstest du dich ja gleichmäßig zurückbewegen. Aber die App rechnet das nicht so aus. Das heißt, du ziehst, bewegst dich aber viel langsamer, als du ziehst. Ah, okay. Der Gehirn sagt die ganze Zeit, Alter, das ist voll komisch, du ziehst doch übelst, aber bewegst dich halt so langsam. Deswegen macht die ganze Illusion kaputt. Und das hab ich dann zweimal gemacht, weil ich es ausprobiert habe. War nicht so geil. Rudern ist aber schon geiler, also ich hab das mir auch geholt, weil ein Kollege von mir, der läuft halb Marathons und bla bla bla. Und ich hab gesagt, ey, ich weiß nicht, wie ich mich fit halten soll. Und er hat gesagt, wenn du eine Maschine dir kaufen willst, dann kauf dir eine Rudermaschine. Das ist ein Ganzkörpertraining. Um ruhig zugeben, ja. Aber meine Rudermaschine hat das folgende Problem, auch auf der härtesten Stufe kann sie meine Männlichkeit nicht handeln einfach. Also ich reiße daran, wie an einem kleinen Jungen. Was? Was hab ich da grad gesagt? Geil, Mann. Also ich reiße daran, als ob... Was? Ich kann nicht mehr, Alter. Also ich reiße einfach sehr stark daran und das wirkt mir nichts entgegen. Also ich musste sehr lange auf der höchsten Stufe dran ziehen, damit es mich anstrengt. Vielleicht ruderst du einfach nicht richtig. Vielleicht. Also vielleicht ist es einfach ein Technik-Ding. Ich bin jetzt kein Ruderexperte, aber das klingt... Ich kann ein YouTube-Tutorial angucken. Aber das klingt jetzt nicht so, als sollte eine Rudermaschine... Also entweder ist die Rudermaschine einfach keine gute. Ja. Oder die Technik stimmig. Also die sollte ja irgendwie... Also bei einem Elektro-Trainingsrad, sag ich mal, das du dir ins Wohnzimmer stellst, da hast du ja auch das Gefühl, du fährst Fahrrad und du balancierst über ein Seil. Ja, ja, das ist genau das gleiche Problem. Einfach, du musst überlegen, gute Technik-Geräte, gute Rudermaschinen, gute Fahrräder, die haben ein Schwungrad oder haben ein mechanisches Gegengewicht einfach. Das heißt, bei einer guten Rudermaschine ist meistens so ein Wassertank drin. Ach so, das ist bei dir elektronisch gesteuert? Es ist mit Zahnrädern gemacht einfach. Also ganz klein... Ja gut, Zahnräder ist ja mechanisch. Genau, ist mechanisch, aber nicht mit Masse, sondern über physikalische Gesetze anscheinend. Ja, okay. Also die Umsetzung dann einfach über so eine Fahrradkette. Genau, genau. Und das Ding ist einfach darauf ausgelegt, dass man es hochklappen kann und an die Wand stellen. Das heißt, es darf nicht viel wiegen. Und es ist einfach nicht genug Masse da, um große Kraft. Also auf eins ist es halt quasi, als ob du das Ding gar nicht drin hättest. Und dann zwei, drei, vier, fünf ist alles das Gleiche. Und dann bei sechs fängt es an, ein bisschen zu ziehen. Ich verstehe, du bist also einen Kompromiss eingegangen bei der Anschaffung, der sich als nicht so sinnvoll herausgestellt hat. Richtig, richtig. Ich hätte 50 Euro mehr ausgeben sollen. Für den Stein im Getriebe, der das Gewicht darstellt. Genau, für irgendwas, was meine pure Kraft handeln kann. Ja, genau. Hauptsache das Gerät ist nicht schuld. Ich besitze eine Rudermaschine. Gut, aber so ein Mini-Beamer kannst du bedingt empfehlen, wenn... Genau, also wenn ihr nicht sagt, ihr seid bildgeil, also weil natürlich auch dunkle Szenen halt irgendwie nicht geil sind, weil die immer heller sind als alle anderen. Wenn du sagst, du brauchst einen Fernseher im Schlafzimmer, weil du gerne beim Fernseheingucken einschläfst und sagst, okay, günstiger als Fernseher. Ich brauche einen Fernseher, aber will keinen Fernseher. Genau, ich will groß, aber nicht teuer. Ich will lieber was Kleines, Billiges, was aber richtig laut ist. Das ist übrigens auch mein Tinder-Profil. Ja, ich würde mal was Positives auspacken. Das ist der zweite Satz in meinem Tinder-Profil. Oder wie mein Kollege Patrick sagen würde. Eine Sache, wo ich anfangs dachte, totaler Mist, die sich aber in der Zwischenzeit schon echt öfters mal als wirklich sinnvoll und praktisch im Sinne des Zeitaufwandes für das Endergebnis herausgestellt hat. Und zwar, als wir das Haus gekauft haben, war für die Bank stellvertretend jemand hier wegen Kredit und so weiter, der sich quasi die Räumlichkeiten kurz angeschaut hat. Also du machst ja Angaben bei einer Kreditanfrage quasi für so einen Immobilienkredit und da geht es halt quasi um Raumgröße, Quadratmeter, Zustand des Hauses und so weiter. Damit die Bank halt weiß, was finanzieren wir da und steht das in Relation zu den Zahlen, die wir hier sehen. So, und also kam jemand für eine Besichtigung, der dann quasi auch die Räume mal eben flott ausgemessen hat mit so einem Lasermessgerät. Lasers, einer meiner Lieblingswörter. Und das, muss ich sagen, hat mich beeindruckt, weil der hat das ganze Haus, die ganzen Räume in ungefähr 10, 15 Minuten komplett ausgemessen. Und das fand ich geil. Ich dachte mir erst so, wann brauchst du das nochmal? Aber ich dachte mir, wenn ich irgendwas mal ausmessen möchte wegen Räume, Schrank, Platz, wenn du mal was umräumen willst und Pipapo oder generell. Und die Dinger machen ja auch direkt Flächenberechnung. Also du misst die eine Richtung, die andere Richtung und hast dann direkt die Quadratmeter und so weiter. Und kannst das auch für verschiedene Sachen machen und verschiedene Sachen zwischenspeichern und so weiter und so fort. Habe ich mir gekauft und bam, es war direkt schon mehrfach sinnvoll tatsächlich. Wir sind jetzt seit fast zwei Jahren hier im Haus, also gekauft. Das zweite Jahr ist jetzt im März 23 tatsächlich schon rum. Und seitdem nicht nur Thema Grundsteuer, hier wie viel Quadratmeter hat das Haus genau und so weiter, dass man nochmal selber nachmessen kann und so weiter. Weil bis zu dem Zeitpunkt, wo du es selber mal ausmisst, verlässt du dich auf die Zahlen, die im Grundbuch stehen oder was auch immer. Und solche Sachen. Oder auch mal im Garten einen Abstand ausmessen, mal eben auf die Schnelle. Super gut, das war schon oft echt sinnvoll. Also man braucht es natürlich nicht unbedingt, aber da muss ich sagen, das wäre echt gut. Also wenn ihr oft irgendwie was umräumt, Räume ausmessen möchtet, weil ihr zum Beispiel eure Küche online planen wollt und dann genaue Raumdimensionen braucht und so weiter und so fort, ist das super geil. Was mich beim händischen Abmessen nämlich immer nervt ist, den Zollstock ein- und auszuklappen wie so ein Doof. Oder diese Messbänder, die du ziehst, die dann aber auch immer nicht so liegen und liegen bleiben, wie du es willst. Und dann brauchst du eh immer eine zweite Person, die das irgendwie festhält und alles Müll. Messen ist eine Kunst. Und Laser-Messgerät, vielleicht bin ich auch einfach zu dämlich, mag sein, ich bin kein Handwerker, bin auch überhaupt nicht begabt, aber Laser-Messgerät, biep, 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 Raum ausgemessen, fertig, fick dich. So. Ja, also ich hab jetzt kurz einen Schwenk aus meinem Leben wieder. Einen kurzen Schwenk aus dem kurzen Leben. Ich musste, ich hab einen Balkon im Haus, wo wir wohnen und der ist halt von meinem Opa irgendwann gebaut worden. Das heißt, der hat null Maß. Das heißt, ich hab mir eine Bank gebaut. Voll schräg und abschüssig. Absolut, der war genauso handwerklich begabt wie ich. Setz dich auf eine Bank, rutscht erstmal so drei Meter nach links. Ich wollte, ich wollte eine Bank da haben, die genau die Fläche ausfüllt und dann muss ich auch messen, deswegen komm ich drauf messen und dann hab ich Spaltmaß das erstmal im Leben ausgerechnet. Spaltmaß ausrechnen ist, also ich habe, ich habe das Ding drei Tage geplant und zwei Stunden gebaut. Genau aus dem gleichen Grund, deswegen kann ich verstehen. Haben wir deine Sex-Tapes? Drei Stunden geplant. Drei Stunden, ja okay, den geb ich dir, ja. Ja, das wollte ich dir nur gerade erzählen. Zwei Tage überlegt, drei Stunden geplant. Fünf Sekunden gedauert, was? Gestern im Auto hat jemand was Geiles gesagt, sorry, aber. Und krumm und schief. Sie hatte gesagt, er ist zu 70% schwul und 30% homosexuell. Na gut. Aber ich fand es gerade geil, so funktioniert übrigens mein Gehirn willkommen in meiner Welt, ja. Das ist, darf ich an dieser Stelle mal festhalten, die chaotischste Folge seit langem. Und wir sind wirklich hier im Mindcast null organisiert. Das ist, das ist top nochmal alles. Also ab hier die folgenden Folgen werden wieder richtig durchorganisiert wirken. Also danke schon mal dafür. Ja, aber ich bin auch gerade, ich habe keinen roten Faden gerade, aber es ist irgendwie auch lustig. Willst du, willst du einfach eine Nummer sagen und ich sage dir, was auf meiner Letztliste steht, zwischen 1 und 30 und du musst sagen, gut oder schlecht. Wie wäre es? Dann, damit wir zum nächsten Ding rüberkommen. Ähm, 15, du hattest bis jetzt hauptsächlich positive Dinge. Ähm, 15 schlecht. 15 schlecht. Moment, was haben wir da? Oh, das ist ein Highlight. Oh Gott, ich habe Angst. Also, ähm, ich habe Urlaubsgeld beiseite gelegt. Durch eine sehr traurige Trennung von meiner Freundin bin ich nicht in Urlaub gefahren und hatte auch die Motivation, nicht alleine wegzufahren. Das heißt, ich hatte das Geld für den Urlaub, aber kein Ziel, wo ich hin wollte. Und dann habe ich gesagt, hey, du nimmst einfach das Geld. Thailand. Meine Option, ja. Aber, äh, nee. Also, ich bin nicht organisationsfähig genug, um alleine wegzufliegen. Du musst, du musst das positiv sehen. Du zahlst einmal. Ja. Und kommst dreimal. Und kriegst Freundin und Best Buddy. Ja. In einem. Quasi. Ist eklig. Freundin und Bro. Ich, ich, also, zurück zu meiner Geschichte. Ich hatte ein bisschen Geld übrig und habe gesagt, wie versuchst du dir die Sommermonate? Und ich wohne nicht weit von einem See, zu dem ich dann öfters gefahren bin. Ach Gott, ich ahne, was kommt. Und ich habe mir eine, äh, aufblasbare Insel gekauft. Oh Gott, es ist doch nicht das, was ich dachte. Also, so eine richtig große. Da hätten so fünf Leute drauf gepasst. Da habe ich mal eine Leine draufgelegen. So. Oh Gott. Oh Gott. Wie traurig ist das. Stellt euch vor. Bierhalter gab's da auch, ja. Stellt euch vor, ihr kommt an diesem See, habt so einen coolen Sommertag, geht mit euren Freunden zum See und dann treibt da so ein einsamer Junggeselle auf so einer riesen Schwimminsel. Wahrscheinlich noch mit so einer Comic-artigen Palme oder so über, über diesen See. Warte, das wird gleich noch wichtig, ja, wie sie genau aussieht. Oh Gott. Und zwar, es ist, es ist, also wie alle Artikel, die für Wasser gemacht sind, sind die für einen Pool geplant, ja. Also nicht für einen See, wird gleich wichtig, weil, jetzt ist was richtig Dummes passiert. Richtig, es ist wirklich richtig dumm, aber ich habe noch nette Leute kennengelernt. Du hast dich verfahren auf dem Weg nach Polen, auf dem Wasserweg. Das ist ein großer See. Gibt's einen Wasserweg nach Polen? Ich habe keine Ahnung. Nicht über den See. Auf jeden Fall, der hat, es war ein heißer Tag, es gab, es war so Bierhalter, ich hatte mir extra alles so in einem wasserfesten Sack genommen, damit ich halt auf den See noch kann. Was war das denn für ein Satz? Es war ein heißer Tag, es war so Bierhalter. Hab ich das gesagt? Es hatte einen Bierhalter. Also das, das habe ich zumindest gehört. Ich muss ganz kurz Chips essen, Entschuldigung. Ich stehe auf Geräusche in meinen Ohren. Auf jeden Fall, ich hatte alles in Wasser, dass ich gesagt habe, ich kann rausfahren halt und da bleiben. Ich muss nicht zurück zum, also ich muss meine Sachen nicht im Auge behalten, ich habe mein ganzes Zeug mitgenommen. Das heißt, ich habe... Das war der Grund für die Insel, ich nehme einfach alles mit auf die Insel. Richtig, also ich wollte, ich war ja alleine, ich konnte nicht schwimmen, das heißt, ich bin halt rausgefahren. Es wird mit jedem Satz schlimmer. Nee, es wird noch schlimmer, warte, du hast noch gar nicht das Schlimmste erlebt. Oh Gott. Also, aufgepumpt, alles gemacht und dann, es war ein heißer Tag. Wie lange dauert das? Es kommt jetzt, es kommt jetzt, es kommt jetzt. Und es war ein, ein Sonnensegel war dabei, kann man so aufmachen, also ich lag im Schatten. Ich fahre also raus, erstes Bier, zweites Bier, drittes Bier. So, drittes Bier ist schon richtig geknallt, so, ja. Auf einmal, ich liege da ganz entspannt, gucke so auf den Strand, sage ich mir, oh, guck mal die ganzen Leute auf ihren Handtüchern, so, ich liege auf einer fucking Insel, ja. Und auf einmal kommt so ein richtig harter Luftstoß und ich werde rausgetrieben. Und ich so, scheiße, was machst du denn jetzt, so, ne? Auch schon gut an einem Kahn einfach, ja. Und dann habe ich gedacht so, ey, du schaffst nicht zurückzustimmen und die Insel zu ziehen, ja. Und ich habe gedacht, ja, komm, es ist halt ein See, ja. Lässt dich auf die andere Seite treiben, rutscht das Ding raus, fährst von da aus nach Hause, ja. Ja, burscht, andere Seite erst, erst mal der FKK-Teil, was auch sehr unangenehm ist, halt. Wie so ein betrunkener Spanner zum FKK-Strand getrieben. Richtig, ich wurde so an den ganzen, ganzen FKK-Dingern so vorbeigeschwemmt und ich hatte auch, mir war es so unangenehm, dass ich halt sage, helfe, ich komme halt hier gerade nicht raus. Oh, ich brauche Hilfe, helft mir. Hallo, nackte Menschen, mithelfen mir. Mithelfen sie mir. So, weitergetrieben. Und dann richtig in, also auf dem Weg in so einen richtig Dornenbusch einfach. Also, das war, und auf einmal merke ich auch so, okay, also ich habe irgendwas wahrscheinlich gestriffen und es lief ganz, so ein bisschen Luft ganz hart aus. Ich war so langsam so, ich war der schwerste Punkt und es lief langsam auch schon Wasser rein. Ich sitze hier und esse Chips, das ist gerade, das ist voll entertaining gerade. So, das heißt, ich hatte nur ein paar Optionen, also vor allem, ich hatte mein Handy, mein Portemonnaie, mein Autoschlüssel, alles dabei, es darf nicht untergehen, sonst ist mein ganzes alles weg halt. Mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben hatte ich da mal wirklich. Und dann bin ich halt. Sogar das Hologrammgerät. Das ist noch nicht existent. Auf jeden Fall. Hättest du doch nur die Rudermaschine gehabt, du wärst so schnell wieder am Ufer gewesen. Ich hätte mal einen Ruder gehabt. Was war der ursprüngliche Plan, wieder zurückzukommen? Einfach, einfach wieder, nee, das gab's nicht. Also eigentlich das Wasser zu springen und das Ding wieder rauszuziehen. Also du warst nahe des Ufers und das war auch der Plan, dort zu bleiben. Genau, genau. Also ich habe gedacht, ich springe einfach ins Wasser und ziehe das Ding wieder runter. Aber so dieses Konzept von Dinge treiben auf dem Wasser war dir nicht bekannt? Ey, ich war eine Stunde lang, war ich fünf Meter vom Stand entfernt und dann kam auf einmal Wind auf. Ja, als es windstill war. Ja, ich habe auch gedacht, ich habe das nicht zu Ende gedacht, wenn man vielleicht merkt. Offensichtlich nicht. So, dann habe ich mich irgendwann, als die Panik in mir aufkam, habe ich mich dann so an die Seite gerobbt und habe mich dann so ins Wasser fallen lassen, weil die hatten nicht mehr, also ich konnte nicht mehr reinspringen oder runter. Ich musste mich halt so gleiten lassen, damit ich nicht alles rumfälle. Und dann bin ich mit ein paar Bierintus tatsächlich so über den Rücken gerobbt. Also ich habe mich so mit einer Hand auf diese Insel draufgestützt, weil ich die ziehen musste und bin halt drüber und das Problem war einfach, ist der aufkommende Wind hat mich immer wieder rausgezogen. Aber es gab keine Option, diese Insel da zu lassen, weil da mein ganzes Zeug drauf war einfach. Das hat aber schon so einen Touch von Seven vs. Wild, oder? Es hat mich genauso gefühlt, wirklich. Und dann habe ich gesehen, okay, da gibt es eine Stelle, war ein Pärchen, die wollten alleine sein, die waren angezogen. Und dann kam Max mit seiner Insel. Und die haben mich wirklich gerettet, weil ich habe die ganze Zeit gesehen, ich habe gedacht, scheiße, du bist jetzt genau an dieser Ecke, wo halt kein Ufer da war. Es war nur Gestrüpp und ich war schon, okay, scheiße, jetzt, du lenkst jetzt hier in dieses Dornenbusch rein, kämpfst dich durch den Dornenbusch, holst dir wahrscheinlich sehr viele Schnittverletzungen, aber du lebst. Du bist nicht ertrunken, ja. Und dann habe ich mich halt da, habe ich halt gesehen, die waren mit dem Hund da, die haben sich extra so eine Ecke gesucht, wo die halt ungestört waren. Mit ihrem Hund? Mit ihrem Hund, ja. Die sind spazieren gewesen, einmal um den See rum. Ach so, ich dachte so, die saßen irgendwo und wollten da ungestört sein, in Anführungszeichen. Nee, 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 die wollten einfach nur, also die wollten halt wirklich einfach nur, die hatten kein Kultus Interruptus oder sonst was, ja. Bis die Insel kam. Bis die Insel, auf jeden Fall. Und ich kam halt so, also ich war kurz, also ich hatte kurz Angst, dass ich ertrinke jetzt, dass ich will, und habe mich dann so darüber gerettet und habe dann gedacht, sei cool, Max. Bist du ein guter Schwimmer? Also so normalerweise? Nüchtern, ja. Ja? Ja. Okay. Also ja, genau, ich war lang beim DALG, ich hatte... Ja, das heißt nix. Ja, also sag ich mal so, es war nicht so dumm, wie es geklingelt. Also ich hätte mich immer retten können, ja. Habe mich auch gerettet. Okay, also ein Fehler in deiner Kalkulation war das Bier. Richtig. Richtig. Und die Sonne und der Wind. Also die Naturgewalt hat mich quasi in sich zu... Und die Insel, die Wahl der Location und viele andere Faktoren. Auf jeden Fall bin ich halt so da reingeschwommen. Ich habe auch die ganze Zeit Musik... Also als ich mich ins Wasser geleiten habe, habe ich vergessen, die Musik an meinem Handy auszumachen halt so. Das heißt, es dröhnte sehr laute Rockmusik, als ich da angekeucht kam. Ein epischer Soundtrack. Und die guckten mich so an und sagten, alles okay? Und ich so, ja, also husten erstmal so. Ja, klar, kein Problem. Und dann biete ich dem Dude einfach noch ein Bier an. So, hey, willst du ein Bier? Und der so, nein. Und das Ding, die sind halt nicht weggegangen. Also die sind ja da geblieben. Und dann kam das nächste Problem. Es ist eine 2x2 Meter Insel. Und dieser Anschluss war 1 Meter, also 1x1 Meter groß. Da konnten gerade, wir stehen halt so. Und sie ging ein Stück zurück. Und ich habe denen kurz erzählt, ja, ich wurde rausgetrieben, bla bla bla. Und die haben gesagt, ja, okay, cool. Wir bleiben aber noch hier. So, ich so, ja, kein Problem. Ich mache jetzt meine Insel und dann haue ich ab, ne? Ja, scheiße. Dann versuch mal diese Insel wieder. Ja, wenn du schon etwas, was aufgeblasen ist, wieder zusammenzupacken, in einen kleinen Rucksack und nicht mal mehr am Strand, sondern an so einem Arm, wo der See aufhört. Und dann, der Hund war auch richtig geil auf diese Insel. Der wollte da reinbeißen. Daraus entnehme ich auch, dass du sie dort zum ersten Mal ausgepackt hast auch. Ja, ja, richtig. Das war auch sehr schlau, ja. Und auf jeden Fall habe ich dann eine Stunde dieses Ding wieder eingepackt. Und du wusstest also nicht mal, als du dich da drauf gesetzt hast, ob sie überhaupt dicht ist. Ich bin ja auch nicht dicht. Ja, scheiße. Diese Geschichte wirft gerade so viele Fragen in mir auf. Diese Geschichte hat übrigens noch einen Übergang zu meinem nächsten Gadget. Von meiner schlechten Liste. Eine elektrische Luftpumpe. War richtig geil. Ich habe gedacht, okay, du bist schon richtig Gönnung. Aber du hast ein Ding, das pustest du nicht selbst auf, sondern du kaufst eine elektrische Luftpumpe. Übrigens, denkt an den Soundfaktor von allem, was ihr kauft. Für Hilfe beim Blasen wäre auch hier wieder mal ein Tipp gewesen. Thailand. Thailand, ja. Nee, auf jeden Fall. Ich kam schon an. Pack diese riesen Insel aus, verbrauche schon sehr viel Platz auf dem Strand. Und dann packe ich meine kleine elektrische Luftpumpe aus, stecke die rein. Und alle Leute waren richtig abgefuckt, aber ich hatte keine richtige Luftpumpe dabei. Hey, immerhin warst du mit der Insel nicht in der Stadtbibliothek. Ja, stimmt. Nächstes Ziel vielleicht. Vielleicht treibst du da das nächste Mal zufällig so rein. Und das Dumme war auch einfach, die hat ein Aluminiumgehäuse, ist aber aus schwarzem Aluminium gewesen. Das heißt, die hat fünf Minuten geblasen. Das ist der Name der Sexsape. Und danach hat die den Hitzetod gestorben. Oh Gott. Weil sie heiß gelaufen ist, ja. Und dann musste ich richtig unangenehm mit meinem Bonzen-Boot zu den Surfern rübergehen. Also die hatten alle so Standard-Patteln und hab gesagt so, sorry, ich hab da so meine Insel, die muss aufgeblasen. Wer kann nicht mehr eure Luftpumpe auszureihen? Ich dachte, du wolltest sie einpacken. Ja, also das war jetzt, das ist nochmal zurückgesprungen an den, einpacken war nicht das Problem. Als ich aufgeblasen habe, musste ich dann fragen, ob ich das kriege. Okay. Ja, einpacken war auch schlecht. Hab ich eine riesen Ikea-Tüte, ich hab den auf dem Rücken genommen und das Dumme einfach war, ich hab so ein, ich hab eigentlich richtig schlau, ich hab das zusammengepackt in eine riesen Ikea-Tüte und dann hab ich die Ikea-Tüte wie einen Rucksack aufgezogen. Also mit dem, mit dem offenen Teil am Rücken. Naja, so die Kraft verteilt sich so über die Griffe. Genau, es hat gut funktioniert. Und das Dumme war, die war ja nass. Ja gut, aber das ist ja das kleinere Übel. Ja, ja, aber ich, das, also ich bin halt dann den ganzen Weg vom See wieder zurückgelaufen, aber mir lief die ganze Zeit, es war komplett, ich war komplett trocken schon, weil ich eine halbe Stunde zurücklaufen musste, aber mir lief die ganze Zeit das Wasser die Kimme runter einfach. Und das hat einfach daran geändert, dass ich immer ein Auto mich gesetzt habe, es war alles trocken und mein Arschwein vernachst du, ja. Gut. Es war ein Desaster dieser Tag. Also kauft euch keine Inseln, die für Pools gemacht sind. Und wenn, dann überlegt euch den Einsatz Ort und Zweck und lasst euch diese Geschichte eine Leere sein. Danach habe ich einen Anker gekauft. Anker? Ja, für die Inseln. Ernsthaft? Nee, also ich habe es, ich hätte, also es gab Leute, die hatten Anker da tatsächlich für so Inseln. Also ich frage halt, weil auf der einen Seite wäre es smart, auf der anderen Seite wäre es schon total weird, wieder sich einen Anker für sowas zu kaufen, auf der anderen Seite würde ich, ich traue dir halt einfach alles zu. Ich hatte, ich hatte, ich bin auch mal mit der Inseln, aber mit einer Freundin da rausgegangen und habe gesagt, ja, guck mal, ich bin ja schlau, ich habe vorausgedacht, nicht, dass wir rausgetrieben werden. Mensch, wie könnte das denn passieren? Ja, richtig, habe ich einfach einen wasserdichten Sack genommen, also noch einen, den ich noch da rumgelegt hatte und habe den mit Sand gefüllt und habe dann geankert. So hat es funktioniert, ja. Smart. Ei, 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 ei. Das war wahrscheinlich im Sommer. Nee, im Winter. An schönen, warmen Tagen, an zur Badesaison. Ich habe jetzt im letzten Sommer auch eine Sache für mich kennengelernt, wo ich auch erst dachte, in dem Moment, wo ich sie bestellt habe, dachte ich, ah, fuck, das ist doch wieder garantiert irgendein Müll. Aber hat sich als relativ okay herausgestellt tatsächlich, werde ich auf jeden Fall auch verlinken, weil ich persönlich damit recht zufrieden war an den heißen Tagen und ich gehe mal davon aus, dass auch die nächsten Jahre wieder sehr heiß werden. Von daher ist das vielleicht für die nächste heiße Zeit was für euch und zwar so einen Nackenventilator. Ich dachte, du packst jetzt wieder den USB-Ventilator aus. Nein. Übrigens, das beste Sketch, was ich je über das hatte. Ja, ich bin so leicht zwiegespalten, was diesen USB-Ventilator angeht. Ich merke es, es merke es. Nee, aber tatsächlich einen Nackenventilator. Kennst du die? So, die werden auch viel auf Instagram und so weiter beworben, den du dir so reinlegst, wie so ein Plastikkragen im Prinzip mehr oder weniger. Ja, ja, feier viel Bahn, da sehe ich das ab und zu. Ähm, fand ich erst, also die Werbung sieht natürlich nochmal deutlich eindrucksvoller aus, als es dann am Ende ist, aber ich muss sagen, es kühlt sehr angenehm, das Ventilatorgeräusch, also das liegt dann quasi hier so auf dem, was ist das Schlüsselbein? Ähm, da liegen ungefähr so die vorderen Teile auf und es bläst so schräg hoch in Richtung Gesicht, also relativ angenehm tatsächlich und selbst auf der dritten von drei Stufen, die meine Variante des Geräts anbietet, nicht störend laut. Also du hörst es natürlich, aber es ist nicht, ähm, also im Verhältnis zu, schwitze ich jetzt und mir läuft im Stehen die Suppe aus dem Gesicht oder ich hab einen kühlen Wind im Gesicht. Ist ganz angenehm, über USB-C aufladbar, hält relativ lange. Ich hab damit eine Woche in der Kita nachmittags draußen gestanden, irgendwie alle am Schwitzen und ich so, ha, 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 ha. Hätte ich denen mal meinen Amazon-Ref-Link geschickt, Mist, Chance verpasst. Ja, der ist in der Beschreibung, ne? Genau, der ist in der Beschreibung. Ja, geiles Gerät, muss man sich kaufen, auch für den Wintergut, ja? Ne, also muss ich sagen, war ich tatsächlich positiv überrascht, also, ähm, man hört das natürlich durchgehend auch auf der niedrigsten Stufe, es ist so ein, so ein, ja, ich kann es jetzt schlecht nachmachen, weil ich weiß nicht, wie laut es am Ende für den Hörer ist. Alle drei Stufen sind unterschiedlich laut, aber die lauteste Stufe war wirklich noch erträglich, also, man konnte sich ganz entspannt dabei unterhalten, es war halt so, im Prinzip eine ähnliche Lautstärke wie diese Handventilatoren, so diese Batteriebetriebenen. Ja, vor allem stürzt nur dich selbst, halt so, ne? Ja, also, sobald du ein bisschen ein, zwei Meter wegstandest, hast du davon nichts mehr mitgekriegt, so. Also, war, war wirklich ganz angenehm. Also, da muss ich sagen, wirklich ganz gut. Ähm, wo wir gerade bei Werbung sind, ähm, es sind so ein paar Sachen, die mich immer wieder überraschen auf TikTok und Instagram, was so Werbung angeht, bei einer Sache habe ich sehr, sehr lange überlegt, fand die dann aber doch sehr, weil du hast mich jetzt hier auch gerade so mit Chips sitzen gesehen, so, ne, und dann grabbel ich hier alles mein Zeug an, und zwar, ich habe mir Den Nussspender. Den Snagger. Das ist so ein Nussspender, ne? Ja, so für Nicknacks passen da ganz gut rein, aber auch andere Sachen, so, ich sag mal so, Nicknacks, es sollte nicht unbedingt größer sein als Nicknacks, was da, äh, reinkommt, dann geht das, zum Beispiel, ich hatte da auch drin, ähm, diese kleinen bunten Puffreiskügelchen, kennst du die? Ja, ja, ja. Diese süßen, die in so einem, in so einem länglichen, äh, Mega eklig. Mega eklig, ich finde die ab und zu mal ganz geil, tatsächlich. Ähm, das Coole ist, wenn du da, wenn du das auffüllst und einmal so das Snagger-Ding so runterdrückst, kommt genau die Menge in deinen Mund, die du so, gerade so brauchst. Im Namen hast du eine Sextape. Genau. Genau die, ne, egal, ähm, und ich war überrascht, also meistens habe ich tatsächlich Nicknacks drin, weil ich die auch ganz gerne esse, so, ähm, wenn du da so einmal draufdrückst, so, das, ne, das rollt dann quasi durch und verstopft sich dann wieder automatisch, dass es nicht unendlich nachrollt, dann lässt es wieder hochfahren, diesen Ausgangsslot da, und dann drückst du wieder drauf, da kommt immer so zwei bis fünf raus, so je nachdem, wie, 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 wie das gerade so fällt. Kann ich auch kurz davor, um es zu kaufen? Ähm, muss ich echt sagen, sehr angenehm. Ja. Ähm, das einzig Unangenehme ist, weil ich zu blöd bin zum Ziel, wenn ich sowas nebenbei mache, ich halte mir das halt immer direkt an den Mund und mach's auf. Dann komm's in die Nase. Das heißt, man, man sabbert das Gerät irgendwie immer so ein bisschen an, aber ich hab trotzdem halt keine, ähm, fettigen, krümeligen Finger, je nachdem, was ich dann da so snacke. Also das, das erfüllt, was es verspricht auf jeden Fall, kann ich empfehlen, es passt nicht so viel rein tatsächlich, aber es tut, was es soll, ist schnell wieder nachgefüllt und, äh, mir gefällt es tatsächlich echt gut, muss ich sagen. Also, da muss ich wirklich sagen, wenn ihr so, so Kleinigkeiten, so in Nick-Nack-Größe oder so gerne snackt, vielleicht jetzt nicht unbedingt Schokolade, sondern so Nick-Nack-ähnliche Dinge halt, ähm, probiert das gerne mal aus. Wie gesagt, es dürfte halt nicht unbedingt größer sein als so Nick-Nack, weil dann wird's halt schwierig mit dieser Öffnung. Wir werden gerade über Werbung reden, ja. Ja. Ich möchte kurz ein Schwank aus meinem Leben, das sag ich sehr oft, das fällt mir gerade auf, ja, ich möchte gerne Informationen weitergeben, die ich, äh, gemacht habe. Und zwar über Werbung TikTok, ich hab sehr lange nach Nixi-Uhren gesucht. Für jeden, dem das nicht ein Begriff ist, das sind so Steampunk-Uhren, die quasi für jede einzelne Zahl, ein einzelne, ähm, Element haben, was aufleuchtet, so. Sieht geil aus, furchtbar teuer. Und dann hab ich auf TikTok so eine Werbung bekommen, die haben gesagt, oh, guck mal, du suchst nach Nixi-Uhren? 9,99, 9,99, es ist wirklich so ein, ja, ich hab runtergesetzt, es war, ich hab nicht, ich hab nicht 100 Euro dafür ausgegeben. Glaube ich 50 oder 60 Euro, ich schäme mich für den Betrag, vielleicht ist er, das war direkt, das war direkt so ein TikTok-Werbung-Dinger, es war nicht vorgeschlagen, sondern so eine gesponserte Anzeige. Richtig, richtig, draufgeklickt, geil, kannst du direkt mit Paypal bezahlen, geil, alle Fähigkeiten. Shut up and take my money. Ja, richtig, genau, hab ich so gemacht und das wurde beschrieben als, äh, ähm, Sternen-Uhr, sonst was so, ne, Bild richtig geil gekauft, angekommen, Paket war schon komisch, mach auf. Scheiße drin. Ey, dann ist da einfach so ein, so ein ganz, so ein 99-Cent-China-Ding mit drei LEDs und so ein Plastikring mit so aufgedruckten Sternen drauf. Also, was bei dem billigsten Weihnachtsmarkt an der billigsten Bude für billigstes Geld kriegst und ich hab da fast, glaube ich, drei Monate drauf gewartet und dann hab ich das mal schon verstanden, du kaufst das, das hat den gleichen Artikelnummer, aber es ist 0%, was auf diesem Ding drauf war und ich bin so ein Mensch, ich schick ungern Sachen zurück, vor allem nicht nach China. Ja, das, das, das brauchst du auch gar nicht machen, weil du mehr drauf bezahlst, weil die übernehmen das ja nicht und so weiter, das kannst du komplett vergessen. Genau, also deswegen, wenn ihr irgendwas seht, kauft nicht direkt über die Werbeanzeigen, also lasst euch gerne Influenzen von diesen Dingern und kauft dann das irgendwo nach beim Artikel oder Sachen, aber niemals drauf drücken und kaufen, ich bin jetzt übrigens 80 Euro ärmer und schlauer. Das Ding ist, das ist ja so eine ganz typische Dropshipping-Taktik, ne? Ja, du kaufst, also das gibt's ja auch so Stores auf Amazon zum Beispiel, die über AliExpress oder sonst irgendwas einfach das Ding eins zu eins nehmen, über Dropshipping versenden in ihren Stores und so weiter und ihre ganz normalen Vertriebswege da haben, wo sie nix mehr zu tun haben per Dropshipping einfach. Ja, du bestellst das quasi über AliExpress, bezahlst aber den Verkäufer, der das bei dir anbietet, einfach nochmal extra obendrauf und er hat einfach nur Gewinn und macht nichts dafür. Und das ist halt bei ganz, ganz vielen von diesen Billigprodukten und bei diesen, wo es halt sehr, sehr viele Kopien von gibt und so weiter, das heißt, schaut euch da wirklich immer gut um, aber die meisten von euch werden da auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht haben in dem Bereich, denke ich. Ähm, denn manchmal lohnt es sich tatsächlich, das Original zu kaufen. Ähm, ich sag mal so China-Klone und so weiter, gibt's halt sehr, sehr viel. Bei manchen Sachen lohnt es sich aber auch absolut so ein Billig-Klon zu kaufen, weil die exakt dasselbe tun. So, alles gut, Max? Du siehst aus, als hättest du einen Schlaganfall. Ja, ich bin noch verkatert. Okay, gut, weird. Mich so lange zu konzentrieren ist manchmal echt schwer. Hast du noch etwas, äh, von der negativen Liste? Ja, sag mir eine Zahl. Ähm, ich hätte jetzt gesagt 69, aber so lange ist da eine Liste nicht. Nee, leider nicht. Ähm, dann nehmen wir doch mal die Nummer 3. 3, 3. Ähm. Die ist lachen schon. Das hab ich von dir gekauft. Von mir? Ja. Ist das jetzt die positive oder schlechte Liste? Das ist qualitativ super. Du hast von mir was Schlechtes gekauft? Jetzt bin ich gespannt. Nee, ich hab das eingeteilt von Sachen, die ich nicht mehr benutze. Ach so, okay. Also Sachen, die ich mir gekauft habe, die für mich keinen Sinn gemacht haben. Und bei mir ist das natürlich Spiegelreflexkamera. Deine Spiegelreflexkamera, die du mir verkauft hast. Ach, guck mal, da ist eine andere. Ja, ja, richtig. Äh, ich hatte auch, hab dann gedacht, geil, okay, kannst du all, also ich hab gedacht, ja, der Markus ist einfach doof so, der weiß einfach nicht, wie man das als Webcam benutzt. Ja, ja, ich weiß, aber ich hatte das gleiche Problem wie du, ich hab das angeschlossen und dann geht halt dieser Spiegelschutz einfach rein, das heißt, dann geht's halt nicht. Hab ich gedacht, aber du kannst halt irgendwie, keine Ahnung, das ist ja nach 20 Minuten erst, ist das so, dann könntest du YouTube-Dinge aufnehmen und touch die einmal an und dann läuft das. Ja, der Hintergrund dafür ist, die DSLRs sind so eingestellt in der Regel, dass sie 10 Minuten Video nur aufnehmen können und dann cutt das ab. Das hat einen rechtlichen Hintergrund, wusstest du das? Nein. Weil wenn die das unbegrenzt können, dann zählen sie nicht mehr als Kamera, sondern als Camcorder und dann wird das steuermäßig anders bewertet beim Transport und auch gerade über Grenze und so weiter, ist das dann anders zu handhaben. Also könnte man das softwareseitig eigentlich rauslöschen? Es gibt ein Programm, das das für einige Kameras macht, ja, aber mehr weiß ich dazu auch nicht, weil ich eine andere Kamera hab, die das Problem nicht hat. Also für Videoaufnahmen hat die immer noch 10 Minuten, aber wenn du das als Stream-Kamera benutzt, geht das ja. Ja. Also bei dieser 10-Minuten-Begrenzung, da geht's ja nur um, ich drücke die Aufnahmetaste an der Kamera und auf der Karte läuft eine Aufnahme. Ja. Wenn ich das als Webcam benutze, dann gehe ich ja nur in den Videomodus und streame das Signal. Richtig, aber genau, es muss ja das Signal gestreamt werden und wenn du die lange genug anhast, dann ist ja bei der Kamera, die du mir verkauft hast, die hat einen Spiegelschutz. Die klappt den Spiegel ein und dann kannst du nichts mehr sehen. Also wenn die lange genug an ist, deswegen hast du mir die gegeben, du hast gesagt, die kann ich nicht gebrauchen, weil dieser Spiegelschutz triggert. Ja. Ja, deswegen. Ich erinnere mich, warum ich die verkauft hab, ja. Du guckst mich grad so an und sagst, ey, warum redet der? Ne, 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 ich hab nur grad überlegt, was du sagst, ob das Sinn macht, aber ja, ja, das ist ja schon ein Weilchen her wieder, ja. Und dann hab ich gesagt, okay, als Webcam vielleicht nicht, hab dann ein bisschen draus aufgenommen und dann hab ich gesagt, ja, okay, dann fotografierst du halt damit auch kein Problem. Aber fairerweise muss man ja dazu sagen, ne. Hast du mir gesagt, ja. Ich habe, ich habe darauf hingewiesen. Ich habe gedacht, ich, vielleicht findest du so viel Verwendung, weil ich hab gesagt, Spie-Reflex kann man heute schon immer mal haben, geiles Ding. Hast du gedacht, wärst smarter als ich? Naja, ich hab gedacht, vielleicht entwickelt sich ein neues Hobby daraus, ja, des Fotografierens. Ja, ja. So, das heißt, ähm, ich, geiler Kerl, ich definiere mich sehr oft über meine Käufe, ja. Ich komm dann so in meinen Freundeskreis und sag, ey, ich hab jetzt eine Spie-Reflex-Kamera, wir können jetzt richtig krasse Instagram-Fotos machen, ne. Und dann sag ich, ja, geil, lass du im Drachenfels fahren, wir machen Fotos, so, ne. Alle haben sich schick gemacht, wir sind da hochgekraxelt, ich mit Spie-Reflex-Kamera mach so, tak, tak, krass, ne, alles so, wow, krass, Max ist Fotograf, so, ja. Wahrscheinlich im Automatik-Modus. Ja, ja, aber trotzdem, aber trotzdem alles total unscharf. So, ja, also ich hab's irgendwie hinbekommen, ich hab immer mit dem Fokusring rumgespielt, ich hab gesagt, guck mal, ich mach ich, also ich hab rumgespielt, ich hab gar keine Ahnung von Kameras. Automatik-Modus, ja. Mach halt Automatik-Modus, Autofokus am Objektiv und fertig, dann machst du schon bessere Fotos als im Durchschnitt, einfach weil. Für den Laien war ja einfach, also die wollten immer diesen Hintergrund-Unschärfe-Effekt haben und ich hab das nicht, ich hab's einfach nicht hinbekommen. Ja, Autofokus. Ja, hab ich nicht hinbekommen. Wow. Ja. So, und, ähm, ich bin bei unserem Freundeskreis immer der, die Fotos macht und deswegen haben mir auch alle so vertraut und dann hab ich draufgekommen, ich hab mir Tutorials angeguckt, wie man geile Fotos macht und das Problem ist einfach, ich hab für alles länger gebraucht, meine Models sind immer so, wie ist es so und so und so, bewegen sich halt die ganze Zeit so. Ich kann dir da, an dieser Stelle, ähm, da hab ich auf dem, äh, auf dem Blog zum Mindcast, mindcast-blog.de, den es seit einer Weile gibt, ähm, wo wir versuchen, die ein oder andere, das hört man übrigens, danke, ähm, die ein oder andere Geschichte aus den Folgen zu unterstützen. Weil manchmal, wenn man zum Beispiel über Trailer spricht und so weiter, kann man das im Podcast nicht so ganz rüberbringen, dann kann man dazu einen Artikel machen auf dem Blog und die Videos entsprechend verlinken und so was halt, ne? Also das ist so ein bisschen der Gedanke des Blogs und natürlich auch hier und da ein bisschen Werbung für die ein oder andere Sache zu machen und so weiter und da hab ich zum Beispiel ein, ähm, Projekt entdeckt, einen Artikel, einen, einen digitalen Artikel, den man kaufen kann, auf einer Plattform, wo es um Fotografie-Tipps geht. Ähm, den kann ich dir gerne mal verlinken, ähm, wenn du möchtest, kannst du dir den kaufen, der ist tatsächlich, also der ist tatsächlich nicht teuer, ich hab ihn mir selber auch gekauft, also das ist jetzt nicht so eine, ähm, also, also wer mich kennt, weiß, ich würde nie Werbung machen für irgendwas, wo ich, wo ich nicht weiß, was es ist. So, ich hab mir das selber gekauft, ähm, wollte dazu bisher auch Fotos machen, bin tatsächlich, erst war der Akku leer, dann hab ich das Ladegerät nicht gefunden, irgendwie, jetzt hatte ich wegen Arbeit keine Zeit und so weiter, bla, bla, bla. Ähm, aber die Ideen, die da drin sind, das sind, ähm, lass mich grad mal gucken, was es war, äh, bevor ich jetzt hier eine falsche, äh, eine falsche Zahl sage und zwar sind es, b, 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 Tatsächlich nur. Und da sind Ideen, äh, 30 und ein paar mehr kreative Fotoideen. Da sind wirklich coole Ideen dran. Ich verlinke dir das mal, guck dir das gerne mal an. Das hab ich schon mal gezeigt, aber ich... Hab ich dir... Ja, du hast mir das sogar geschickt, dass du gesagt hast. Stimmt, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau, glaube ich, das ist ein gleiches Thema. Du hast mir gesagt, du hast doch noch mal ein Spielreflex gemacht. Ich guck mal, hier ist ein geiles Buch. Ja, deswegen war es wahrscheinlich noch in meinem Kopf. Also, das kann ich wirklich empfehlen. Es sind kreative Sachen drin. Wer jetzt sagt, oh, ich wollte schon länger mal wieder Fotos machen, guckt euch das Ganze gerne noch mal an. Ich verlinke es auch noch mal in der Folgenbeschreibung. Fiel mir nur gerade ein. Ging mir jetzt tatsächlich nicht um die Werbung. Ist natürlich eine gute Gelegenheit, Werbung noch mal dafür zu machen. Aber, ähm... Weil sowas hilft mir dann auch. So hab ich das in dem Blogartikel halt auch geschrieben. Ich wollte halt auch immer mehr, also fernab von die Kamera als Streamcam zu benutzen, wollte ich halt auch immer hier und da einfach mal ein paar mehr Fotos machen. Aber das verläuft bei mir immer irgendwie im Sand, weil dann hast du keine keine Lust, keine Zeit und dann vergisst es irgendwann wieder und wenn es dir einfällt, hast du wieder keine Lust und wieder keine Zeit und so ein Handwerkszeug, wo du sagst, okay, ich hab hier ein genaues Ziel. Das ist sowas, was mir dann immer bei sowas hilft, aber gut. Darf ich kurz die Geschichte zu Ende erzählen? Ja klar, Entschuldigung. Ich hab mir einfach ein sehr teures Handy gekauft, was gute Fotos macht. Google Pixel. Scheiße, teures Handy, komisches Betriebssystem, was da drauf ist, aber die Kamera, also diese smarte Kamera ist echt geil. Ist bei Google Pixel nicht auch einfach Android drauf? Ja, aber so ein ganz komisches Google Android, also ich weiß nicht, ob es einfach da liegt. Ich kaufe ja immer, gerade wenn wir bei Gadgets sind, ich glaube, es fällt auch schon ein bisschen drunter. Ich mache auf allen Handys, die ich besitze, einen neuen Launcher drauf. Man kann sich im App Store einfach neu und ich glaube, ich habe immer den Nova Launcher, heißt der, habe ich drauf. Das heißt, es ist ein universelles Betriebssystem, was ich ganz geil finde, weil alle Android Betriebssysteme sind ja immer ein bisschen anders und ich bin irgendwo in den 90ern hängen geblieben, in den 90ern, in den 2000ern hängen geblieben, beim alten Android-Version. Dein Handy läuft einfach mit Microsoft DOS. Ja, so ungefähr. Und ich glaube, immer den gleichen Launcher darunter, das heißt, ich kaufe mir neue Handys, aber immer, immer genau die gleichen Gesten, genau die gleichen Widgets, alles immer drauf. Sehr praktisch, weil, ja, das hat mich am Anfang genervt, weil es gab zum Beispiel vom Betriebssystem, vom Werkseinstellung gab es zum Beispiel unten diese drei Punkte nicht, also diese Tasten nicht, diese Zurück-Tabs öffnen und Home-Button, gab es einfach nicht. Es gab alles über Gesten gesteuert. Ich dachte, what the fuck, ich will doch unten draufdrücken, damit ich wieder zurückkomme. Muss ich in den Einstellungen ändern und mich hat genervt, habe ich einfach ein neues Launcher drauf gemacht. Genau. Aber gute Kamera. Warum auch einfach in den Einstellungen ändern? Ja, ich bin, ich bin langsam alt einfach. Ich merke, Technik überfordert mich langsam. Mhm. Ja, Technik überfordert mich. Was dich offensichtlich nicht daran hindert, jede Technik-Scheiße zu kaufen. Ja, ich habe Angst alt zu werden und zu sagen, oh, Dünnscheiß brauche ich nicht. Wenn ich das sage, erschieß mich, ja. Ich klappere mich an die Technologie. Richtig. Ich kaufe alles, damit ich up-to-date bleibe. So, möchtest du nochmal einen Schwank aus meiner Liste haben, ja? Nee, ich würde dir tatsächlich noch einen Schwank aus meiner Liste gerne aufdrücken. Schade. Ich rede so gerne. Und zwar einen, mit dem du wahrscheinlich nicht rechnest, der für dich wahrscheinlich nicht unter Gadget fällt. Das ist eher so was Hauswirtschaftliches aus dem Bereich Lebensmittel und Kochen. Brotbackmaschine? Nee, tatsächlich nicht. Kann ich aber auch empfehlen, wenn ihr das nicht selber backen wollt. Eigentlich ganz cool. Mir gefällt aber immer nicht die Brotform in so Brotbackmaschinen irgendwie. Und zwar einen Roller. Ein kleines, wie so ein Pizzakutter. Aber wo vorne der Pizzakutter dran ist, ist quasi so eine sehr stachelige Rolle. Ja, so den hab ich auch, ja. Um Bratwürste und so weiter einzurollen und einzuritzen. Das sticht das quasi ein und ritzt da so ein Muster rein. Das ist ein Gadget, wo du sagst, das ist praktisch. Das ist geil, weil die Grillwürste dadurch weniger aufplatzen. Und generell, ich mag das, wenn die Grillwürste so ein bisschen angebrutzelt sind. Also die dürfen gern ein bisschen dunkler sein bei mir. Also nicht Holzkohle, aber so. Und das passiert dadurch auch ein bisschen mehr tatsächlich. Ich bin gerade mit mir besessen und kämpfen, dir was zu erzählen, ja. Ich kenn diese Dinger auch, aber ich kenn sie so mit anderem Ding einfach. Ich erzähl's einfach mal. Vielleicht, wenn's so eklig, also wenn's so intim wird. Möchtest du jetzt erzählen, wie du deine Grillwurst... Nein, 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 nein. Und zwar im BDSM-Bereich, sagen wir mal so, ja. Ja. Gibt es die Taktik des Stimulieren. Also man kann jemanden sehr... Da werden die Dinge auch eingedrückt. Du wirst den ganzen Tag berollt so, und dann macht deine Haut geil. Aha. Kann man rausschneiden. Nee, ich werd's einfach nicht weiter kommentieren, weil mehr als ein Aha hab ich dazu tatsächlich nicht zu sagen. Und meine ganzen türkischen Kollegen haben auch so ein Ding. Die rollen damit oben, wenn du den Shisha-Kopf machst, da kommen die um Alufolie drauf, dann machen die die Löcher da rein. Hab ich auch schon oft gesehen, ja. Aha, also ein Multifunktions-Tool. Absolut, ja. Kaufempfehlung. Alle voll irritiert, warum ich das für Bratwürste benutze. Richtig, ja, was krass Sexspielzeug hier so, ja. Lass deine Wurst aus meinem Bratwurst-Shisha-Roller. Ja. Lahn. Lahn sagen es oft, ja. Waller sagen die sehr oft, wirklich, ja. Meine Kollegen sagen alle Waller. Aber ich heiße Max. Waller. Ich weiß gar nicht, warum ich mal Waller nenne. Ja. Was hast du denn noch auf deiner ... Ja, möchten sie die gute oder die schlechte Liste? Positive Liste Nummer ... 13. 13, du hast mit der 13, ne? Hab ich schon mal gesagt? Nö. Jetzt hab ich was, was wirklich auch nicht unter Gadget fallen würde, aber ich sie oft benutze. Oh oh. Ich hab ein Problem auf der Arbeit, ja. Oh oh. Also, ich muss mich, wenn ich arbeite, sehr, sehr weit von deiner Toilette entfernen, ja. Oh oh. Und wenn ich mal, wenn ich mal den flotten Otto habe, ja. Den, den was? Den flotten Otto. Oh oh. Oh oh. Den ich öfters habe, ist eine sehr ungesunde Ernährung. Ist das eine Kombination aus Unterhose und Tüte? Von der du jetzt ... Hab ich kurz drüber überlegt. Nee, aber ich nehme öfters, also ich hab öfters, also ich ... Ich hab mir öfters überlegt, einfach Tabletten zu nehmen, die meinen Stuhl verhärten. Hab da aber gemerkt, es ist dumm, eigentlich so oft Tabletten zu nehmen. Und da bin ich auf die natürliche Variante umgestiegen, und zwar Kohletabletten. Hab ich immer da. Kohle ist sehr geil. Es ist auch, glaub ich, also das ist jetzt auch Halbwissen, aber ich glaub, Kohle schützt auch vor Vergiftungen. Ja, reinigt so ein bisschen. Genau, ich hab die immer dabei, als Gadget. Hast du ja auch als Aktivkohle und so weiter, in so Getränkefiltern und so weiter. Was auch ein geiles Gadget wäre. Aber ich hab immer Kohletabletten dabei, falls ich meine Flotten Otto habe. Es wirkt instant, die Dinger sind richtig geil, und die kannst du eigentlich unbegrenzt nehmen, weil das nicht ... Also nicht zehn Stück die reinknallen, aber ich mein einfach ... Also nicht unbegrenzt? Ich mein, von der ... Also du könntest jeden Tag eine nehmen, meine ich halt so. Danach könntest du wahrscheinlich nie mehr kacken, so, aber ... Es ist halt nichts, was körperfremd ist. Es ist ein natürliches Produkt, deswegen hab ich immer ... Also was ich für Notfälle empfehlen kann, ist Enterotechnosal. Das ist ein Silizid. Im Prinzip ein Pulver, was du dir in ein Glas Wasser einrührst, das trinkst du, und das ist keine Medizin im eigentlichen Sinne, also hat keinen medizinischen Effekt. Elektronyte, ne? Sondern bindet einfach nur physisch das, was du da in dir hast, und sorgt dafür, dass es nicht mehr rausschießt wie der Niagara-Wasserfall. Kennst du die Geschichte von Elotrans? Ja. Und nein. Hätte ich jetzt gern. Ich hab ... Bin ein bisschen verkatert. So. War tatsächlich ein schlechter Pick von dieser geilen Liste. Ja, also die sind echt ... Ja, ich wollte eigentlich noch nix über deinen Durchfall hören, aber ... Ja, möchtest du noch mal eine andere Zahl nennen, oder ... Ich weiß nicht. Ich hab hier tatsächlich noch links neben mir etwas liegen, tatsächlich vorbereitet physisch, was ich dir zeigen kann, von meiner negativen Liste. Oh, ich bin aber gespannt, ja. Und zwar geht es um etwas Badebomben. Sind die ein Begriff? Bomben, baden, ja. Badebomben. Ja, ja, klar. Nicht Arschbombe ins Wasser, neben deine Insel, sondern Badebomben. So quasi ein Duftmittel wie im Prinzip Badeschaum, den er einfach ins Wasser gibt. Es nur halt als Kugel oder in anderer Form zusammengefasst. Kenn ich, kenn ich. Meistens optisch einfach ein bisschen nett, im Wasser dann erstmals prickelt ein bisschen und schäumt ein bisschen mehr vielleicht und hat noch einen netten Duft dabei irgendwie. Ich habe mir mal etwas gekauft und zwar drei Stück davon, weil ich es einfach sehr lustig fand und zwar eine Shark Attack Bath Bomb, so der Kopf von einem weißen Hai. So richtig mit Augen und einem blutrotem Mund. Ich werfe dir das gerade mal rüber. Ich werde das ins Gesicht bekommen. Ja, halt die Dose fest mit einer Hand und fang mit der anderen Hand. Aua. Fast. Ich war, war. Oben. Direkt neben dir. Ja. Das ist eine Hai. Ich rieche es durch die Packung. Das ist eine Hai-Wasserbombe. Das finde ich an sich schon nervig bei so komischen Hygiene- oder parfümierten Produkten, dass man die durch die verschlossene Packung riecht. Das Ding ist komplett eingeschweißt. Das macht gar keinen Sinn. Physikalisch nicht möglich, ja. Aber trotzdem so. Und das Problem, was ich damit habe, ist, ich habe die einmal benutzt. Die, die du in der Hand hast und die dritte, die ich gekauft habe, steht noch im Badezimmer. Ich habe gedacht, du beschwerst dich jetzt, dass es ein Einmal, ich habe es nur einmal benutzt und dann war es weg. Mensch, die Bombe ging nur einmal. Nein, das Problem, was ich damit habe, ist, dass die, also jetzt nicht speziell dieses Modell, aber dass es, dass es ja optisch etwas hermacht, sage ich mal, im weitesten Sinne. Also die Badebombe jetzt nicht unbedingt, aber ich fand es halt ganz lustig, optisch, dass das so ein Dings ist. Und der Witz ist, das habe ich auf meinem privaten Instagram-Account irgendwann mal gepostet. Ich habe diese Badebombe nämlich fotografiert, weil ich das irgendwie lustig fand, als ich sie so ins Wasser gelegt hatte und die dann da so ein bisschen durchs Wasser getrieben ist, durch dieses Brusel, äh, Schäumen, Bruseln. Der Witz daran ist, als ich das fotografiert habe, wurde das von der Kamera als Fisch erkannt. Dieser High-Kopf. Ja. Welches Handy hast du? Ich habe gerade ein Xiaomi, ein Xiaomi 12 Pro. Weil, jetzt, gerade wenn du mal drückst. Aber da war das nicht mit dem High-Ding. Ja, weil, äh, tatsächlich, mir ist gestern beim Autofahren aufgefallen, dass mein Handy einfach, äh, mein Radiosender erkennt, also was im Radio gespielt wird und sagt, ja, es wird wirklich gespielt, ja. Also wegen den KI-Dingern ist es richtig krass. Also ich habe auch, auch so ein Erkennungsding, das ist wirklich krank einfach. Hier, pass auf, ich komme kurz zu dir rüber und zeige dir, das ist der Hammer. Knack. Na, hier, Badebombe, 1. Januar 2021. Und nächstes Bild, Erkennung. Ach, von Instagram selbst, ja? Äh, nee, das war von meinem Handy. Ach, du hast das, du hast das gescreenshottet, ja? Ja, ja. Ach, und das, das erkennt es als Fisch. Ja, es erkennt wahrscheinlich das Wasser und dass da was drin ist, was nicht reingehört, ja. Oder, ey, aber... Aber es ist krass, es sieht nicht, also ich schreibe es einmal kurz, es sieht aus wie, äh, irgendwas, was sich im Wasser auflöst. Es hat nichts im Fernsehen mit dem Fisch zu tun, aber es war ja mal ein Fisch. Ja, ja, irgendwann war diese Badebombe mal ein Fisch. Krass, krass, krass auf jeden Fall dieses, dieses Handy hat den Vergangenheitsfilter einfach, ne? Nee, also, das war nicht mit dem Handy. Ja, aber das Handy, womit du es gemacht hast, hat den Vergangenheitsfilter. Genau, das war, glaube ich, noch mein Samsung S10 oder so. War crazy. Ja, Samsung halt, ja, Werbung. Nee, aber furchtbar, also ganz, ganz komisch. Und was mich daran stört, um dieses Thema eigentlich abzuschließen, nicht mal, dass die Badebombe nicht gut riecht oder sonst irgendwas, das hat mir eigentlich gefallen, war ein nettes Bad, aber du benutzt es und es ist dann halt tatsächlich weg. Und ich meine nicht den Konflikt mit, du benutzt eine Badebombe und sie ist weg, sondern du hast eine Badebombe, die optisch nicht einfach nur so ein Blob ist, sondern die nett aussehen soll im weitesten Sinne. Und das gibt es ja in ganz verschiedenen hergerichteten Formen. Du hast also diese Badebombe. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo du sie erwirbst, stehst du vor der Entscheidung, schaue ich sie mir an oder lasse ich sie ins Nichts auflösen und schaue sie nie wieder an. Gleiche Probleme haben wir mit Puzzlen genau andersrum. Warum kaufe ich mir ein Bild, was auseinanderkommt? Was kaputt ist. Ja, richtig. Ich liebe Puzzlen, deswegen kaufe ich mir ein Poster. Also ich verstehe Leute auch nicht gerne, die Puzzlen so, weißt du. Das ist, glaube ich, das Problem, weil es geht ja weniger um das Bild, als um den Weg zu vervollständigen. Aber es gibt ja Leute, die das dann zusammenkleben und es ja in die Wand hängen. Da denke ich mir so, warum kaufst du dir einfach nicht das Bild und hängt es in die Wand? Weil sie dokumentiert festhalten wollen, dass sie das erledigt haben. Ich habe etwas zusammengesetzt, was so zusammengesetzt werden muss. Ich bin zwar kein Handwerker, aber ich schaffe ein Puzzle. Ich verstehe Puzzle nicht. Ich verstehe auch kein Lego. Das hat mich früher bei meiner Oma in den Wahnsinn getrieben. Die hatte wirklich über Wochen und Monate auf so einem großen Tisch ein riesiges Puzzle. Ey, das waren bestimmt 5000 bis 10.000 Teile. Also wirklich ein riesiges Puzzle. Und auch wirklich so scheiße kleine Teile. Und es war einfach eine fucking Blumenwiese. Eine und nicht grün. Also wirklich, es war ein buntes Durcheinander. Du hättest auch einfach die Packung auf den Tisch schmeißen können. Per Magie alle Teile mit Bild nach oben drehen können. Und es hätte wahrscheinlich genauso ausgesehen. Das kann ich toppen. Pass auf, meine Stiefmutter. Die hat das als Challenge genommen. Hat sich ein 1000 Teile Puzzle geholt. Weiß. Komplett ohne Bild. Einfach nur zu zeigen, ich habe Skill. Ich brauche nicht mal das Ding, sondern ich brauche nur die Teile einfach. Hast du schon mal ein Infinity Puzzle gesehen? Alle Puzzle, die ich hier gekauft habe, waren ein Infinity Puzzle. Weil die niemals zu Ende gebracht wurden. Die haben kein Ende. Also die haben keinen Rand. Verstehe ich physikalisch nicht. Also alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Das habe ich gelernt. Die sollen ja keinen Rand haben. Sind das nur Mittelteile? Das sind nur Randteile. Das ist eine Kugel. Nee, das ist... Wie erkläre ich dir das jetzt? Warte. Während du suchst, erzähl ich kurz, im Kindergarten habe ich richtig gern gepuzzelt. Weil die Puzzle habe ich mal geschafft. Die bestehen so aus sechs bis acht Teilen. Und ich fühle mich immer richtig schlau, wenn ich den Kindern zeigen kann. So was wäre zum Beispiel ein Infinity Puzzle. Es hat keinen klar definierten Rand. Also es gibt einen Randbereich, aber der ist nicht erkennbar als Rand. Für die Zuhörer, das sieht genauso aus wie die Badebombe. Quatsch. Also nicht vom... Also nachdem es ein Wasser war. Es sieht einfach aus, als ob da was aufgelöst wäre. Ich verstehe, ich verstehe. Also von dir aus sah es gerade aus wie so ein bisschen wie eine Landkarte. Also ja, so kannst du dir vorstellen. Also es gibt halt nicht diesen klaren linken, rechten, oberen, unten Rand. Und die Randteile sehen halt nicht anders aus. Ja. Du erkennst an einem Teil nicht, ob es ein Randteil ist oder nicht. Das ist halt so. Du kannst dir auch die Hände packen beim Puzzlen, um noch schwerer zu machen. Keine Ahnung. Warum? Naja, das ist halt vielleicht für die Leute, die da Bock drauf haben. Die das zu ernst nehmen, ja. Ja. Also wie gesagt, so optisch ansprechende Badebomben. Also ich bin wahrscheinlich auch einfach nicht so das Klientel für Badebomben an sich. Sag bitte noch einmal Badebomben. Badebombe. Ist schon geil. Das war die erste Badebombe. Die ich mir gekauft habe. Und das war für mich ein enttäuschendes Erlebnis. So dumm, wie das jetzt auch klingt. Ist auch noch geil, dass du dich immer darüber beschwert hast. Nicht auflösen. Ich tue sie, nicht über das Auflösen der Badebombe an sich. Sondern in dem Moment ist mir klar geworden, dass es für mich, für mein Gehirn eigentlich keinen Sinn ergibt, sich eine Badebombe zu kaufen, die im Ursprungszustand irgendwie nett aussieht. Das könnte für mich ein grüner Blob sein. Das wäre mir scheißegal. Du zahlst extra darauf, dass es einmal kurz gut aussieht. Ja, es sieht ja nicht mal einmal kurz. Es sieht gut aus, bevor du es benutzt. Aber ich glaube, das ist so ein Frauending. Jetzt kommt was Sexistisches. Egal. Ich habe auch eine Freundin gehabt, die hat richtig viele Badebomben gehabt. Die hat die aber nie benutzt. Die hat die einfach als Deko hingelegt. Und das ist immer so dieses... Die hatte mehrere, hatte auch welche in Form. Die hat immer nur die Blobs, hat sie mal reingetan. Aber diese mit in Form hat sie immer gesagt, okay, entweder wenn ich halt gar keine mehr habe und habe die dann im Schrank stehen als Deko. Ja, wenn ich mir das als Deko kaufe, ist das was anderes. Dann habe ich eine vielleicht parfümierte Deko. Aber ich bin ein praktisch veranlagter Mensch. Ich bin generell nicht so der Deko-Mensch. Puzzlest du? Und auf der Arbeit. Im Kindergarten. Ja, das habe ich auch gepuzzelt. Wir haben da so ein scheiße schweres Raupe-Nimmersatt-Puzzle. Das ist fucking widerwertig. Ja, weil die grünen ist nur. Nee, das ist einfach mehrere Schichten übereinander. Das ist quasi die Geschichte der Raupe-Nimmersatt auf verschiedenen Geschichten. Oh, ist ja wie Schachspiel. Das wird von kleiner zu größer. Und viele Teile haben einfach nur so einen undefinierten Bereich drauf, der weder zur Raupe gehört, noch zu anderen Bildern, der so dieser Zwischenbereich, so im Prinzip der weiße Hintergrund mehr oder weniger. Und es fuckt mich so ab, dieses Puzzle, es nervt mich. Und ich schiebe das immer irgendwelchen Kindern in den Sack, hier, räum das auf. Kennst du noch, wir haben ja mal zusammengearbeitet, bei uns in der Gruppe gab es. Die brennende Mikrowellen. Das ist nie passiert. Da gab es ja auch so ein Puzzle. Mein Leben ist, dass ich in einer Comedy-Show wohnen würde, ne? Ja, manchmal. Also, es gab dieses Puzzle, da ging es darum, es war so ein Körperding, es kamen erst Knochen, dann Muskeln, dann bla, und das war so in so einem Holzding drin. Ja, ja, haben wir jetzt auch gerade in der Gruppe. Boah, ich hab das gehasst, weil es irgendwie so ein, da hast du die kleinen Kinder gehabt. Du wusstest aber nicht, was kommt zuerst? Nee, vor allem, es war so ein ganz kleines Ding und es war auch super, das war super bunt und dann hast du die kleinen Kinder gehabt, die haben es einmal umgeschmissen. Und es musste immer aufgeräumt werden, so, und das hat kein Kind hinbekommen einfach, weil ... Und das Ding hab ich am Tag fünfmal irgendwie wieder zusammenbauen müssen. Ich hab immer so gesagt, ja komm, bei uns gab es immer die Regel, wenn du was ausräumst, dann musst du es auch dann wieder zusammenpuzzeln. Und wenn nicht, dann macht's der Max. Ja, richtig, und dann sitzt du halt mit diesem Kind da und sagst einfach so, nee, ich bleib ein bisschen mit dir hier sitzen, wir puzzeln das zu Ende, dann räumen wir das auf und dann gehen wir raus oder essen oder spielen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du sitzt dann halt mit diesem Kind da und die schaffen alle Puzzle, nur dieses komische Menschenpuzzle hat nie ein Kind gelöst bekommen. Und ich hab dann immer so, so, ja, nimm mal dieses Teil hier, genau dieses Teil. Leg das mal hier hin, dreh das mal so. Und dann irgendwann ... Das Kind schmeißt es um. Und irgendwann hab ich angefangen, das so zu 99 Prozent zu lösen und dann reinzulegen. Und da kommt immer das Problem, dass es so ein ebenen Ding hat. Und wenn du, wenn das Kind oder du halt einen Teil in der Mitte vergessen hast, versuchst das letzte Ding reinzulegen. Ja, dann baust du halt nochmal neu. Genau, dann musst du nochmal komplett auseinanderbauen und es wieder reinmachen. Und ich hab Stunden meines Lebens verschwendet an diesem Puzzle einfach, ja. Ich glaube, das war eins der Dinge in deinem Leben, wenn ich so deine Storys heute anhöre, wo du noch verhältnismäßig wenig Zeit mit verschwendet hast. Boah, ey. Warte, jetzt ... Also allein diese Insel-Story, die hat mich schon fertig gemacht. Was war deine größte Verschwendung an Lebenszeit in deinem Leben? Wahrscheinlich World of Warcraft. Ah, ja. Also meine wirklich aktive Hochzeit in diesem Spiel hat sehr viel meiner Lebenszeit gefressen. Also damals in meinem FSJ bin ich in meiner Mittagspause, die eine Dreiviertelstunde lang war, nach Hause gefahren. Fünf Minuten hin, fünf Minuten Rückweg. Das ist hart. Und hab 20 bis 25 Minuten WoW gespielt tatsächlich. Das ist wirklich hart. Also das war schon hart an einer krassen Suchtspirale. Da hab ich viel, 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 viel Zeit reingesteckt, ja. Ich würd sagen, bei mir ist das nicht TikTok. Okay. So Alltagsverschwendung meinst du? Ja, ja, ja. Also wo ich halt gar keinen nutze. Also ich guck gern YouTube, aber YouTube ist wenigstens die Idee, ich such mir was raus und hab was, was ich mir selbst rausgesucht habe. Ja, dann klickst du dich aber auch von Video zu Video und bist plötzlich wieder da. Aber ich bin da noch aktiv, also deswegen, es ist eine reichte Abstufung. Ja, ob du jetzt klickst oder einmal so wischt. Ja, genau, aber TikTok, ey, hast du TikTok? Ja. Guckst du TikTok? Ja. Viel? Mehr als gut ist wahrscheinlich, aber sehr themenbezogen tatsächlich. Mein TikTok-Algorithmus, also ich hab, ich hab immer, wenn ich Dates habe, ne. Dann sag ich, pass auf, wir müssen gar nicht miteinander reden, wir tauschen einmal kurz die Handys und gucken, was der Algorithmus dir normalerweise vorsteckt. Ich kann dir sagen, was für ein Mensch du bist, wenn ich einmal, wenn ich drei von den TikToks gesehen habe, ja. Und mein TikTok-Algorithmus ist der krasseste einfach. Der weiß ganz genau, wann ich horny bin. Also wirklich, ohn Scheiß, ich mach mein Ding auf, nehm immer so, ja, jetzt ein paar nette Mädels und dann krieg ich Mädel, 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 so ne, Tanz und so ein Quatsch. Und, aber manchmal bin ich auch einfach so, jetzt hast du da irgendwie, keine Ahnung, VR ist so ne Sache, würd ich mich weder. Und dann zwei Dinger weiter, hier die neuen VR-Spiele und jetzt im Moment, da riecht krass, Overwatch-Neue-Season ist drauf, also Teil 2 ist dringend raus und ich spiele viel im Moment. Ich krieg 99 Prozent, wie man die neuen Helden in Overwatch spielt, so ne. Also mein TikTok. Die kennen halt dein Skill. Die bieten dir Tutorials an. Ja, ne, das ist mir egal, das ist mir egal, das ist vielleicht TikTok weiß, das scheiße in Overwatch bin, aber es ist halt richtig krass, also als ob, ich hab immer das Gefühl, also nicht mal, dass die mich belauschen würden, ich sag jetzt nicht mal, als ob jemand mir über die Schulter gucken würde und sagt, aber das macht der im Moment, das braucht der jetzt. Es sind halt, es sind halt viele Sachen miteinander verknüpft, viele Datensätze sind ja untereinander miteinander verknüpft und so weiter, so funktionieren ja die ganzen Algorithmen. Und das sind Sachen, die sind im Trend, die sind gerade aktuell, das basiert auf Sachen, die du aufgerufen hast, die du tendenziell von der Kategorie her eher aufrufst und so weiter und so setzt sich das ja sehr schnell zusammen. Also das ist wirklich beängstigend, wie gut diese Algorithmen funktionieren. Ich hab's im Moment tatsächlich auf YouTube, bei den YouTube Shorts, hab ich ganz, ganz furchtbaren Trend, ich komm mir schon vor wie so ein Pädo, weil mir da im Moment so zwei bis drei verschiedene Trends angezeigt werden, den immer nur so ganz, 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 ganz junge Mädels machen und das find ich so beängstigend. Läutest du dir den Trend? Das ist, ja, das kann ich gleich machen, also das ist nichts, wonach ich aktiv suche. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also nichts, was ich in irgendeiner Form suche, also weder den Trend, noch die Musik, die drin vorkommt, sind ja immer so bestimmte Clips, die genutzt werden, noch, dass ich irgendwie nach jungen Mädels oder so suche. Also nichts davon ist irgendwas, was ich suche oder nutze. Aber ich glaub, du fällst einfach in diese Bubble rein, männlich. Ja, das ist gut möglich, aber warum müssen mir dann Zwölfjährige angezeigt werden? Ich nehm auch gerne was Erwachsenes so, guck ich mir das gerne an so. Das ist einmal, so Pi mal Daumen, zwölf Jahre oder jüngere Mädels machen dann hier dieses Nine Inches Wasting, so von wegen, wo die so einen Gürtel oder eine Schnur oder irgendwas drum machen und, ah, niemand will mehr hier eine Hüfte. Achso, der Song ist gut, ja? Nehmen wir mal so Nine Inches. Ja, genau. Ja, 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 der Song ist gut. Kann ich empfehlen, ja. So, und ne, wo die sich dann halt so abschnüren quasi in ihre Innereien da zusammendrücken und so weiter. Also gesundheitlich echt bedenklich. Ja. Wenn du das so machst, hat das ja nicht die Funktion von einem Korsett, das grundsätzlich an deinen Körper angepasst wird und so. Sondern die schnüren sich einfach hier den weichen Bereich ihres Bauchraums einfach komplett zusammen. Okay. Super bedenklich und dass es halt so junge Mädchen machen, die dann teilweise auch bauchfrei und keine, also finde ich ganz, 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 ganz schwierig. Im Moment, ich hab das am, ich weiß nicht, wann wir diese Folge jetzt hier veröffentlichen. Irgendwann, wir sind übrigens bei anderthalb Stunden, what the fuck. Ähm, sind wir, ähm, soweit gewesen, also jetzt vor kurzem, sag ich jetzt einfach mal, bei einem Livestream mit Christian, ähm, am 30. Oktober war der. Ähm, und da haben wir so einen Horrorstream gemacht und da hatte ich das Thema schon mal kurz angesprochen mit diesen Trends. Und bei mir ist es so, wenn ich YouTube Shorts mache, bestimmt, ich geh jetzt einfach mal auf YouTube und teste das so von, von 15 Dingern ist das mindestens dreimal dieser Trend. So, was bei der Menge an YouTube Shorts schon krass ist, finde ich. So, mal gucken. Ähm, vier, fünf, da haben wir schon Nummer eins. Ja, ist wirklich problematisch. Ne? Ja, ich sehe, was du meinst. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das ist, wie, das ist ein sehr junges Mädchen. Sehr junges Mädchen, das Tanz ist jetzt ein anderer Trend. Dance if you have a boyfriend. Alter, die sieht aus als... Also die sollen immer nach Hause kommen mit dem Trend, ja, ja. Also ganz, ganz furchtbar. Wo war ich jetzt? Sieben, acht oder so? Aber wenn wir jetzt, wenn wir ganz einmal drüber reden, ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt. Nächste? Also jeder, den Markus kennt, der, der weiß, dass er jetzt nicht so der Typ ist, der sagt, oh geil, Mädchen, so, so einfach. Sondern ich glaube, das liegt einfach daran, dass du dich so... Das, das ist der zweite Trend. Auf die eine Wange ein I schreiben, auf der anderen you und in der Mitte haben die dann immer irgendwas wie Hate oder Love. Sind auch nur junge Mädels, die das machen. Ja, ja, und ich glaube, das Ding ist einfach, weil du dich so schaffierst, guckst du dir das länger an einfach. Und deswegen sagen, der guckt das länger. Nee, ich scroll da durch. Ich sehe ja mittlerweile schon sofort, wenn das Video auftaucht, was das ist. Ja. Weil davon so viele auftauchen. Aber guckst du dir dann noch bis zum Ende an oder scrollst du direkt weiter, dass du dem Algorithmus quasi sagen möchtest, nee, ich möchte es gar nicht sehen. Noch so ein Ding. Es ist voll... Nee, also in der Regel switch ich da im Moment komplett drüber. Ja. Aber in der Anfangszeit, wo mir das aufgefallen ist... Ja, dann guckst du länger drüber, ne? Ja, aber es gibt viel, viel mehr Videos, die ich viel, viel länger gucke. Auf YouTube Shorts zum Beispiel gucke ich ganz viel von diesen Impro-Comedy-Leuten, die dann so Crowdworking machen. Die dann so, ey, wie heißt du denn da vorne? Ah, Max? Ah, was ein Scheißname. Ey, genau den kenne ich, ja. So Philipp Uckel oder so, das ist etwas Dickeres. Ja, 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 ja. Super geiler Typ. Typ sowas, ne? Sowas gucke ich zum Beispiel komplett durch. Richtig angstbar da zu sein. Und auch mehrfach und so weiter. Ja. Und das steht ja in keinem Verhältnis zu, ich switche durch und hab irgendwas so anderthalb Sekunden auf dem Schirm. Was ich mir richtig gut vorstellen kann, ist, dass du, wie gesagt, du bist schon jung, männlich, so, und dann versuchen die... Oh, danke fürs Jung. Ja, ja. Also jünger. Oder schon so alt, dass so ein Trend vielleicht wieder interessant sein könnte. Stimmt, weil ich kriege ich, also das sehe ich nicht. So creepy, wie das auch ist. Ja, ja, stimmt. Und dann sagen die andere, das ist genau wie bei Kaufempfindungen, andere User fanden auch gut, ja. Guck dir das mal an, alle in deinem Alter... Andere Gestörte in deinem Alter haben das angeguckt. Genau, ey, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das wirklich darauf basiert. Ne, also wie gesagt, Algorithmen sind wirklich, wirklich widerlich teilweise, aber wenn du auf so ein Video mal stößt, guck dir mal bei den YouTube Shots, wenn du so dieses Nine Inches Ding oder so, guck dir die Kommentare an, das ist komplett voll geschissen mit Hashtag Stopsist Trend und YouTube Algorithmus ist broken und keine Ahnung was. Da regen sich so viele Leute drüber auf. Ich möchte was Tagesaktuelles wissen, was ein bisschen Schande ist, dass ich das weiß, ja. Ich weiß es nicht. Also, es haben Leute herausgefunden, wie man nicht jugendfreie Bilder auf TikTok teilen kann, ja, in TikTok-Trends. Und zwar ist das jetzt, jetzt gerade, jetzt der Fall... Meinst du jetzt hier mit Stitch und dass du dann quasi da so... Das war davor. Jetzt gibt's noch viel schlauer, weil TikTok hat anscheinend, der Algorithmus ist nicht krass genug, um verschiedene Bilder anzusehen. TikTok hat reingestellt, dass man jetzt Bilder, also eine Slideshow quasi haben kann. Ach so, ja, 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 ja. Und dann wird einfach hundertmal, also wird dann zwanzigmal irgendwie ein Bild reingepostet und das ist immer das Gleiche. Und in der Mitte ist einfach ein Nacktbild. Einfach wirklich, also unzentriert. Und ich krieg... Sollte ich mir diese Slideshows vielleicht mal angucken? Genau, genau. Ich hab immer nur gesehen, Slideshow mit einem langweiligen Bild, zwei-, dreimal dasselbe Ding weg. Genau, genau. Und das war bei mir das Gleiche. Ich war auch so, ich krieg so, ich guck, geil, schön, super, ne, hier und da. Auf einmal, warum krieg ich immer Slideshows mit den gleichen Bildern so? Aber jetzt, aber jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auf, diese Slideshows hab ich in den letzten Tagen auch öfters gesehen. Richtig, die kriegen jetzt im Moment alle, weil irgendwie ein Bild ist immer dann... Irgendwer hat das halt rausgefunden und das wird jetzt halt genutzt für die Peaks und Follows und bla bla bla. Es gab, es sind zwei, erst mal das passiert und es ist ja vor kurzem dieses Volleyball-Mädchenteam. Hast du das bekommen? Oh ja, ja, das hab ich auch mitbekommen. Das war wohl jetzt, als die gewonnen oder verloren haben oder so. Ich glaub, die haben gewonnen, so wie die feiert haben. Nee, das ging, das ging wohl um eine Sache von vor einem Jahr. Ach, das wurde... Das wurde jetzt erst bei einem neuen Event oder so wurde das wohl irgendwie geleakt, soll ich das verstehen? Ich hab mich da jetzt nicht so tief reingetaucht. Bin sehr tief reingetaucht. Und da wurden wohl irgendwie Nacktbilder oder sehr anzügliche Bilder von diesem kompletten Team, die die aber selber aufgenommen haben, geleakt. Ja, die waren in der Umkleide. Und haben da wohl irgendwie Party gemacht, keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Ich hab nur so einen Trailer gesehen, wo die mit dem Preis in die Umkleidekabine gerannt sind, aber da war nix. Ja, ja. Ich hab jetzt aber auch nicht danach gesucht, juckt mir jetzt auch nicht so ehrlich gesagt. Ähm, und dann wurde wohl auch so ein öffentliches Statement veröffentlicht, von wegen, dass das nie gedacht war, dass das öffentlich gemacht wird und so weiter und so fort. Die Bilder werden verkauft, das ist das Ding einfach. Das ist auch... Also generell, dass die veröffentlicht wurden, war kacke. Aber es sind richtig viele Leute, die die irgendwie bekommen haben und dann jetzt irgendwo für ein paar Dollars verkaufen wollen. Aber, wie gesagt, dieser Trend ist dazugekommen. Also dann kriegst du, dass alle diese Bilder teilen wollen über TikTok. Finde ich ganz, ganz schwierig irgendwie. Also ich weiß es nicht. Also es ist halt wirklich krass. Ich hab mir das alles mal reingezogen. Also ich benutze TikTok ja eigentlich nur, um ein paar lustige Videos zu gucken. Wie gesagt, so ein paar themenzentrierte, so Pen-and-Paper-Sachen, so kreative Sachen und so weiter. Und ein paar Musik-Sachen und halt so die typischen Memes-Sachen und so weiter. Und ansonsten nutze ich das eigentlich nur, um für den Mindcast so ein bisschen hin und wieder mal so einen kleinen Werbeclip zu veröffentlichen. Einfach um so, weil da automatisch halt durch dieses Durchswipen halt sehr viele Aufrufe kommen und dann... Ich glaub, du wurdest mir das letzte Mal vorgeschlagen. Echt? Auf TikTok, ja. Ich hab dich weggeswiped. Ja, Arschloch. Ich guck grad, was meine Liste noch hergibt, um mal wieder ein bisschen zurück zum kurzprügigsten Thema zu kommen. Vom Bienchen auf Stückchen. Und zwar, das kann ich ganz kurz machen. Eine Sache, die ich dachte, die wäre sehr gut, die sich aber als komplett sinnlos für mich herausgestellt hat. Und zwar so ein kleiner Laptop-Stand mit einem Lüfter drin, wo ich mir dachte, hey, da bleibt der Laptop länger kühl, wenn ich den ein bisschen länger benutze. Und hab so einen festen Untergrund, wenn ich mal im Bett irgendwie noch ein bisschen was tippen will oder... Denk hab ich auch zu sich. So irgendwie. Hab ich zweimal benutzt und fand das einfach irgendwie nicht cool. Weiß ich nicht. Auch laut, ne? Ja, selbst wenn ich es ohne Lüfter benutze, benutze ich es nicht, weil es einfach irgendwie nicht geil ist von der Ergonomie und irgendwie passt es für mich nicht. Fand ich super nervig. Passt zu einem Gadget, was ich würd grad sagen, ich hab was ähnliches auf meiner guten Liste. Und zwar ein Tisch-Tisch, nenn ich ihn gerne. Also ein Tisch, den du auf den Tisch stellst, wo du deinen Monitor draufstehen hast. Wie du es jetzt in deinem jetzigen Schreibtisch auch integriert hast. Einfach eine Erhöhung für den Tisch. Genau, aber es ist einfach so ein kleiner Mini-Tisch, der ist ein bisschen rüber als geknallt. Wo du deinen Bildschirm einfach draufstellen kannst. Hab ich gedacht, brauchst du niemals. Hab ich gesagt, ah scheiße. Und ich hab einfach nur aus Style-Gründen geholt, weil ich gedacht habe, kannst du mal die Tastatur drunter schieben oder so ein Scheiß, wenn du dann... Ich esse an meinem Schreibtisch. Äh, aber ist halt richtig geil, weil du guckst immer beim Zocken so ein bisschen nach unten. Und dann ist der genau auf, äh, auf Gesichtshöhe. Und beste Anschaffung meines Lebens. Ist der Tisch-Tisch. Diesen Ursprungsgedanken hatte ich, als ich mir diesen Tisch ausgesucht habe, dass ich dachte, geil, so eine obere Ebene ist cool, um die Monitore draufzustellen. Was ich nicht bedacht habe, ist, ich habe relativ große Monitore. Ja. Zwei 32-Zoller. Und es ist teilweise einfach zu hoch. Kann ich mir vorstellen, ja. Und du hast halt nicht die Flexibilität, es nicht da draufzustellen. Ja, ich hab auch einen großen Monitor, aber ich hab einen Curve-Monitor. Und das nervt mich total an diesem... Hashtag Kaufempfehlung. Also das nervt mich total an diesem Tisch. Und ich bin im Moment seit längerem schon am überlegen, den Tisch auszutauschen. Ähm, weil das mich echt nervt. Und da drunter, diese Schiene, also da steht einmal die Center-Lautsprecher-Box von meinen Boxen. Und ansonsten liegen da nur ein paar Kabel und grümpelt er sich automatisch nach hinten da drunter schiebt, weil du ihn auf den Tisch schlägst. Wie auch, ja. Dann brauchst du ihn mal nicht. Ich weiß gar nicht, was da alles hinten ist und wer sich da noch versteckt. Keine Ahnung. Ist furchtbar. Wer oder was? Captain Jack Sparrow ist da wahrscheinlich irgendwo noch auf der Jagd nach irgendeinem Schatz oder so. Ganz, ganz furchtbar. Ich hab noch eine coole Sache. Ähm, ist jetzt Gadget, ist dafür auch ein bisschen weit hergeholt tatsächlich. Ähm. Weißt du, was ein Moai ist? Gesundheit. Moai. Du gehst schon in die richtige Richtung, denn ich spreche von einem Moai-Taschentuch-Spender. Ich hab gedacht, das ist ein Kampfsport-Ambau. Diese Köpfe von den Osterinseln. Ah, ja, ja, das krieg ich auch oft vorgeschlagen, ne? Wo du hinten diese Soft-Taschentuch-Boxen, also diese Einmal-Taschentücher quasi reinsteckst und dann vorne aus der Nase diese Taschentücher rausziehst. Das ist, ja. Hab ich nicht. Überlege ich aber schon seit vielen, vielen Jahren, mir so ein Ding mal zu kaufen. Und immer wieder, wenn ich es zufällig mal sehe, denke ich mir, ah, das wäre eigentlich ganz geil. Ja, es ist, ja. Kannst du das? Es ist einfach, es sieht ein bisschen netter aus und hat so ein bisschen was Lustiges irgendwie, als wenn du so eine Taschentuchpackung da stehen hast. So jetzt, jetzt, Übergang des Todes. Kannst du das nicht 3D drucken? Natürlich kann ich das. Aber auch das müsste ich ja tun. Ja. Kaufen ist so viel einfacher. Das Problem ist, also wenn du es 3D druckst, hast du es halt in einfarbigem oder von mir aus auch mehrfarbigem Filament, wie auch immer und so weiter. Aber es sieht halt einfach nicht so schön aus. Damit es richtig gut aussieht, müsstest du es dir anmalen. Dann hast du wieder das Material und pipapo und musst es noch grundieren, lackieren, schleifen und so weiter und so fort. Wenn du dir so ein Ding fertig kaufst, was in so einer steinartigen Optik daherkommt, zahlst du um die 20 bis 30 Euro und hast das Ding da stehen. Filament wäre schon fast. Und es ist, ne? Ja, ne, filamentmäßig wäre das nicht so viel, aber da zahlst du ein paar Euro für vielleicht. Aber trotzdem mit dem Malen und pipapo und die Zeit und bla 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 bla. Ähm, nee. Nee, nee. Also so reine Deko-Elemente droge ich mir hier und da ja mal. Ja. Aber. Das wäre nicht mein nächstes Ding gewesen. Du weißt es tatsächlich nicht. Ich finde, also das Gadget-Gadget ist ja quasi der Drehdrucker einfach. Ja, das stimmt schon. Ja, ja. Und den hab ich auf meiner Gadget-Liste so auch in der Mitte so, weil ich hab ein 3D-Dor, für den hab ich viel Geld ausgegeben, hab mir aber so an Warenwert 60 Cent gedruckt, ja. Also ich hab ja ein Deko-Element, was du mir gedruckt hast, immer noch an der Wand, sehr geil. Dieses Elemente-Ding, meinst du? Genau, ja. Deko-Element. Ah, jetzt bin ich da. Ja, und das ist die Frage, so, also warte, warte, jetzt mach mir kurz das Gadget-Ding, was ist das Krasseste, was du am meisten gebraucht hast, was du 3D gedruckt hast und was, was du sagst, das hat sich gar nicht gelohnt vom Zeitaufwand. Also jetzt rein 3D-Druck? Ja, nur rein 3D-Druck-Gadgets. Ähm, das, was ... Das ist eigentlich mehr oder weniger fast dasselbe irgendwie. Interessant. Ähm, das ist sehr vielfältig. Also wenn wir von Deko-Elementen ausgehen ... Alles, was du gedruckt hast. Deko-Element, das geilste, was ich da bisher gedruckt habe, ist Mjölnjas Hammer mit dem passenden Standfuß dazu und Plakette. Ähm ... Mjölnjas, ne? Hammer ist Mjölnjas. Ist der Hammer, ja. Vom Zeitaufwand her ... Hammer vom Hammer, ja. ... waren das insgesamt, ich glaube, also wenn du nonstop die Druckzeit aneinanderreißt, waren das 7, 8 Tage. Ach, scheiße. Ja, das ist immer das Problem, ja. Relativ viel, aber ist halt auch relativ groß, ne? Ja, ja, natürlich. Ähm ... Aber der Nachteil da ist, ich bin bis heute nicht, und ich hab den bestimmt schon 3 Jahre hier stehen, ich bin bis heute nicht dazu gekommen, den komplett fertig zu machen, weil irgendwann ist meine Airbrush-Pistole kaputt gegangen. Ah. Und ich hab, der ist halt quasi wie aus dem Drucker. Ja, ja. Ich hab da so ein bisschen dran rumgeschliffen und auch ein bisschen die Fugen mit Fugen-Puddy-Dingens, Zeugs hier aufgefüllt, damit das ein bisschen glatt ist, wieder glatt geschliffen und so weiter. Aber ich hab seitdem nicht weitergemacht, weil ich seitdem die Airbrush-Pistole kaputt gegangen ist, habe ich das Bewusstsein in meinem Kopf, dass egal wie sehr ich das vorbereite für das Bemalen, aktuell nicht bemalen kann. Und ich habe aktuell nicht die Intention, mir eine neue Airbrush-Pistole zu kaufen, weil ich sie zu wenig nutzen würde. Und dementsprechend ist das so seit 3 Jahren in so einem Schwebezustand. Ich wollte in diesem Podcast eine Sache unterbringen, einen Gedanken, jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Alle Leute, die keinen 3D-Drucker besitzen, ich erkläre euch mal kurz, wie sich das anfühlt. Du fühlst dich an, also als ob du ein Gott wärst, der Sachen aus dem Nichts produzieren kann, quasi alles. Aber mit dem Manko, es dauert einfach sehr, sehr lange. Also ich war am Anfang, ich hab einen 3D-Drucker gehabt, auch von Markus geinfluenzt einfach, deswegen hab ich einen 3D-Drucker auch. Und war so, geil, du kannst alles drucken, du kannst alles drucken, was du willst. Und ich hatte so eine Million Gedanken. Und dann, weil ich hatte, ich hab einen neuen gekauft, der hat auch richtig gut funktioniert und bla bla bla. Und dann hab ich gesehen, geil, es gibt so einen Flaschenöffner, den du an die Wand machst, der zählt, wie viele Flaschen du geöffnet hast. Da ist so ein Rad dran und du drehst, dann immer, wenn der einmal benutzt wird, drehst er sich weiter, ja. Und ich hab gedacht, das machst du mal für den Anfang vor diesen unendlichen Möglichkeiten, die du drucken kannst, ne. Und dann hab ich einfach gemerkt, das ist so ein unnötiges Gadget. Und es hat einfach 100 Stunden gebraucht zum Drucken. Und da ich noch sehr unerfahren bin und am Drucken, hab ich das einer, also ich hab die, glaub ich, die Zahnräder, das außerdem hab ich in einer richtig niedrigen Qualität gedruckt und die Zahnräder in höheren. Und dann hat's nicht gepasst. Richtig nervig, es hat nicht mehr zusammengepasst. Ja, das ist immer so das Ding, also generell beim 3D-Druck musst du dich halt immer drauf einstellen, dass du hier und da mal einen Fehldruck hast. Das kann ja auch immer mal einfach, was nicht ganz wie kalkuliert gedruckt werden, ein bisschen schief, ein bisschen abheben und so weiter. Also so funktionelle Teile sind dann echt schon schwierig, da brauchst du schon einen Drucker, der gut getunt ist und der funktioniert. Was an sich auch kein Hexenwerk ist, wenn man sich damit auseinandersetzt. Man darf halt nicht die Erwartung haben, dass man einen 3D-Drucker hinstellt und innerhalb von einer Stunde sich alles drucken kann, was man haben möchte. Das war der erste Gedanke, den ich hatte, ich bin Gott. Es ist halt, ihr dürft das halt nicht vergleichen mit 3D-Druck, wie ihr das aus Filmen kennt. Ja. Er hat eine Waffe gedruckt. Ey, das war richtig geil, auf der Arbeit habe ich mir erzählt, ja, ich hab einen 3D-Drucker. Man meinte, boah, das ist voll gefährlich, 3D-Druck. Man meinte, warum denn? Man meinte so, ja, du kannst jetzt eine Pistole drucken. Wenn ich mir eine Pistole drucke einfach. Bis ich die gedruckt habe, bin ich in Altersschwäche gestoppt. Ja, hab ich auch gesagt. Da hab ich gesagt, ey, bevor ich mir eine Pistole drucke, bin ich halt 10 Mal irgendwie nach Amerika geflogen und hab mir da eine echte Pistole in meinem Arsch rüber geschmuggelt. So, oder? Und hab gesagt, ey, selbst wenn ich mir eine drucken würde, erstmal komm ich eh nicht an die Munition in Deutschland ran. Also, das wäre auch schwer. Ja, und ich würde niemals, also egal wie viel Geld um die Hand drücken würde, würde ich niemals eine selbst gedruckte Waffe abfeuern, weil es würde mir die Finger einfach wegspringen. Das wäre es gewesen. Mehr wird nicht passieren, ja. Wer schon von seinem eigenen PC gefressen wird. Ja, richtig. Also, ich hab schon... Sollte keine Waffe bekommen. Ja, also, was ich gehört habe, 3D-Druck kann gefährlich sein, weil Leute sich zum Beispiel schon Messer gedruckt haben und die im Flugzeug, weil das kein Metall ist. 3D-gedrucktes Messer hat jetzt natürlich nicht unbedingt so die scharfe Klinge. Du kannst natürlich noch schleifen und so weiter. Wenn es aber auch einen Stock hat. Kannst du natürlich nicht mit einer... Genau, das ist es eben so. Also, das kannst du natürlich nicht mit einer metallenen Klinge vergleichen unbedingt, aber es ist trotzdem so, dass du dich verletzen kannst. Aber so Spitzendrucken und so weiter, das ist schon fies. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn du das machst, wie gesagt, kannst du dir doch auch einen Stock in den Koffer legen und dann... Also, das ist halt so ein bisschen das Ding. Es gibt auch Dinge, die machen Sinn zu drucken. Oft ist es aber auch so, wenn du dir Sachen drucken kannst, auch so Ersatzteile, Adapter und so weiter und so fort, dafür ist 3D-Druckart echt super. Macht das nicht unbedingt immer Sinn, weil oft kriegst du für ein paar Cent ein besser hergestelltes Industrieteil, das einfach günstig ist, weil das in Massen hergestellt wird. Leider ja. Aber ich hab eigentlich was ganz geiles gedruckt und zwar ein Adapter für eine GoPro, generell geil, mit so Flaschenverschlüssen, also Drehverschlüssen. Da kommen Plastikflaschen rein, 3 Stück und dann schwimmt die auf dem Wasser. Also, die Plastikflaschen geben als... Also, ein Schwimmer einfach. Genau, das ist einfach so ein kleines Ding, da kannst du 3 Flaschen rein reinnehmen und dann kannst du auf dem Wasser schwimmen. Damit hättest du deine Inselreise dokumentieren können. Das war der Plan, aber es hat zu lange gedruckt, bevor die Insel da war. Ich bin halt gefahren, es war noch am Drucken. Schade, hätten wir das jetzt als Bildmaterial. Das wäre so geil gewesen, ja. Ich besitze übrigens, wenn wir jetzt grad nochmal auf die Geschichte zurückkommen, ich hab mir vor kurzem... Noch eine Insel gekauft. Vor kurzem hab ich mir ein Stand-Up-Pedal-Boot gekauft, ja. Davon gibt es gute Bilder. Auf meinem Tinder-Profilbild hab ich eins, wo ich im Hawaii-Hemd auf dem Stand-Up-Pedal auf dem See stehe mit Brille und Strohhut. Und Bier in der Hand, den Daumen nach oben zeige. Sieht aus wie der Turi aus der Hölle. Hab ich als Gag bei Facebook-Dating, hab ich das als Profilbild und ich hab gedacht, wird mich niemand anschreiten. Es gibt Facebook-Dating? Ey, Leute, an die Singles da draußen, Leute. Also ich merke tatsächlich, dass ich scheinbar komplett raus bin aus diesem Thema. Es gibt Facebook-Dating? Facebook-Dating? Wo findet man das denn auf Facebook? So als Gruppe oder als Funktion von Facebook? Hast du die Facebook-App auf deinem Handy? Ja, sicher. Öffne diese App doch einmal bitte und sag mir, ob das einfach nur Singles angezeigt wird, weil es ist Teil der Startseite. Du musst nix extra runterladen, das ist kein extra Ding. Müsste ich es hier schon irgendwo sehen? Oben rechts muss dein Herz sein, ja? Nö. Warte. Jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass du das nicht bei dir inkludiert hast. Ich hab den Home-Button. Warte, warte, warte. Sehen Sie, also genau, bei mir als erstes das Haus. Also ich hab den Home-Button, das Haus. Dann so ein Kürz-Ding. Dann YouTube-Watch, wo die Videos sind. Das hab ich nicht. Warum hast du ein anderes Facebook als ich? Dann YouTube-Marketplace. Warum hast du YouTube-Dinger in Facebook? Nein, nicht YouTube, hier halt dieses Facebook-Watch-Ding. Ey, dein Facebook sieht anders aus wie mein Facebook. Dann den Marketplace. Ja, wir auch. Dann Feeds von abonnierten Dingen quasi, die da auftauchen. Ja. Dann hier das Aktualisieren, hier quasi die Notifications. Ja, ja. Und dann mein Profil, wo ich ausklappen kann. Warte, warte, ich komm mal gerade rüber und zeig dir mal das, ja? Pass auf, das ist faszinierend. Ah, ich sehe Dating aber hier als extra Option. Aber ich will dir was zeigen, pass auf. Bei dir ist es wahrscheinlich direkt an Stelle 1. Ja, sprich mal hier, weil sonst hört man dich nicht. Ich hab nichts daran geändert. Da. Okay. Das ist einfach da und da ist mein Dating. Ach, guck mal, die Nina, 32. Aus Siegburg. Copyright, ja. Wieso, es gibt ja mehrere Ninas. Ach, du Scheiße. Das ist mein Profil. Das ist doch nicht dein Ernst. Ey, das ist eigentlich nur so ein Witzprofil. Ich glaube, ich sehe gerade, warum du noch Single bist. Ey, das ist, wie gesagt, so. Kann man das nicht großartig machen? Das ist, ich hab das mal aufs Gag gemacht, ja? Und mir schreiben unglaublich viele Frauen an. Guck mal, ich war da noch nie drauf. Interessant, es gibt Facebook-Dating, gut. Was war das denn? Fantasy-Spiele? Ach, egal. Ja, keine Ahnung. Also, weird. Aber gut. Was zur Hölle. Ich hab noch eine negative Sache. Tatsächlich, dann bin ich durch mit meinen Punkten. Dann ist mein Potenzial, also theoretisch kann man sich natürlich jetzt über viele Sachen unterhalten. Aber so in Anbetracht der Podcast-Folgenlänge sollten wir mehr oder weniger langsam mal zum Ende kommen. Aber ich hab auch komplett die Übersicht verloren, wer jetzt wie viel schon vorgestellt hat. Also meine weiß ich, weil das war eine begrenzte Liste. Und zwar was ganz, ganz langweiliges, was ich mir mal gekauft habe und direkt retourniert habe, nach einmal benutzen, weil ich zurückgeschickt. Weil ich einfach gemerkt habe, wie unendlich dumm es war, sich das zu kaufen. Also einfach für meinen persönlichen Anwendungsbereich. Jetzt kommt's. Für den einen oder anderen mag das vielleicht Sinn machen. Und zwar einen elektrischen Tassenwärmer. Hab ich oft vorgeschlagen. Also im Prinzip so ein kleines Pad, wie so ein Induktionsladegerät, wo du eine Tasse draufstellst und es wird einfach erwärmt. Alexi Beksi hat's mir gezeigt. So, jetzt magst du dich vielleicht fragen, weil du viel Tee trinkst, magst du dich fragen, warum ist das vielleicht sinnvoll? Ja, ich trinke gerne mal einen Tee, gerade in der kalten Jahreszeit. Ja. Aber, warum ist das dann nicht sinnvoll für mich? Gut, dass du fragst, Max. Ja. Diese Frage kann ich dir beantworten, denn ich trinke meinen Tee gerne warm und warte nicht, bis er kalt ist. Ach, du hast ihn schon ausgetrunken, bevor er abkühlt. Ich warte, dass er abkühlt, dass er trinkbar ist und dann trinke ich den und dann ist die Tasse leer. Ja. Punkt. Ende der Geschichte. Ich brauche nichts, dass das wieder aufwärmt. Aber jetzt die Frage, wie bist du generell drauf gekommen? Also, es muss ja irgendwo ein Problem entstanden sein, dass du sagst, oh, dann kann ich meinen Tee wegkommen. Ich dachte mir einfach, das wäre geil, das warm halten zu können. Bis ich im praktischen Anwendungsbereich gemerkt habe, ich warte, bis es kalt genug ist zum Trinken, also dass du nicht mehr die Fresse verbrennst dabei und dann trinke ich das aus. Dann setze ich zwei oder dreimal an, bevor es auch nur ansatzweise kühl wird und dann ist das leer. Ich brauchte es einfach nicht. Ich dachte, ich würde es brauchen, brauchte es aber einfach nicht. Faszinierend. Nee, also eigentlich komplett dumm. Ja, aber das ist aber auch ein großer Schritt in seinem Leben zu sagen, ich habe mich da gehört, ich retorniere es. Richtig. Ein neues Wort gelernt. Richtig. Man muss auch dazu stehen können, wenn man Fehler macht. Vieles tun, ja. Nein, also für den einen oder anderen mag das sinnvoll sein. Also ich kenne viele Leute, die machen sich einen Kaffee und dann ist der kalt. Das sind kein Menschen. Weil die 30 Minuten lang irgendwas anderes machen und dann steht der kalt da. Für die wäre sowas gut, aber ich weiß auch nicht, ob das, das war hier mein Handy auf dem Tisch gerade, falls du dich aufs Kreuz gewundert hast. Ähm, ich weiß nicht, ob es das wert wäre, für mich auch die ganze Zeit dann hier so Strom oder Akku oder was auch immer laufen zu lassen, weil ich zu blöd bin, mein Heißgetränk heiß zu trinken. Also dazu habe ich auch ein Gadget, was mir gerade einfällt. Ich habe mir tatsächlich eine Campingtasse gekauft, die komplett aus Alu ist. Ja. Wofür das jetzt hin? Also Alu Campingtasse klingt jetzt nicht spektakulär, aber wenn du schon lachst, bist du gleich wahrscheinlich irgendwo in der Bärenhöhle verirrt. Also, es ist wahr wie folgt. Die ist komplett aus Alu. Wenn es schon so anfängt wieder, ey, es war wie folgt. Die ist komplett aus Alu. Das heißt, es ist ein Alubecher mit einem Alu Henkel. Ja, du sagtest ja. Alu, 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 sie hat einen Henkel. Das ist komplett aus Alu, habe ich verstanden, danke. So, und ich habe gedacht, ja, geil, die zu haben, vielleicht auch für reinigen, bla bla bla. Und dann sind wir. Genau, weil man so eine Keramiktasse auch nicht reinigen kann. Hä? Aber wir wollen einfach gucken, wie sich Alu reinigt einfach, ja. Okay. Das war einer meiner Rede. Auf jeden Fall. Hä? Dann ist der Zeitpunkt, ist mein Zeitpunkt gekommen. Wir sind raus in den Wald gefahren, haben dann ein kleines Lagerfeuer gemacht. Wer ist wir für den Kontext? Ähm, Freunde und ich. Also mehrere Leute. Okay, also einfach ein paar. Einfach ein paar Menschen. Einfach ein paar Freunde, die. Die sind auch nicht, also ich bin nicht alleine da gewesen. Hätte passieren können, ja. Nicht, dass du wieder weggeweht wirst. Und die haben gesagt, okay, wir trinken Glühwein. Wie machen wir den denn heiß? Und ich habe gesagt, ah, ich bin ja schlau. Ich habe eine Alutasse. Das heißt, wir können dann tun wir das rein. Tun das ins Feuer. Und dann schütte ich euch das in eure Tassen rein. Sobald man kann. Marc ist richtig schlau, dieses Ding so in die Flamme, dass ich denke, ich kann es ja. Stopp, Moment. Ja. Lass mich, lass mich predikten. Natürlich. Also hervorsagen, was passiert. Es ist genau das passiert, was alle jetzt denken, ja. Du hast mal wieder nicht zu Ende gedacht, dass das aus einem Teil besteht und dasselbe Material ist. Also, dass ich die Hitze auch auf den Griff übertreibe. Absolut richtig, ja. Ja, dann bitte. Ich bin gespannt. Ja, ich habe natürlich gedacht, okay, ich bin so schlau, nicht direkt in die Flamme, sondern ich sehe so, dass... Ja, nicht direkt in die Flamme, nicht, dass der Griff heiß wird. Das wäre ja absurd. Ich habe den Griff extra so weit rausgelassen. Ich dachte, okay, jetzt bin ich schlau. Ich greife, ich muss nicht durch die Flamme durchgreifen, um den Enkel zu nehmen, sondern der Enkel raus. Und ich habe gesagt, ja, ey, ist fertig. So, und dann hat es einmal meinen Finger an der Alutasse festgeschweißt. Scheiße, ey. Und das Dumme war einfach, als es wirklich noch viel dümmer ist, die Idee von Alu ist ja, dass es... Das soll ja eigentlich das Getränk warm halten. Und das hat genau den gegenteiligen Effekt gehabt. Die Tasse war von außen extrem heiß, das Getränk war noch kalt. Also, ganz umsonst habe ich mir die Finger verbrannt. Also, die ganze Hitze hat sich von außen an der Außenwand halt gehalten. Ja, du darfst jetzt einen Alubecher nicht mit einem Thermobecher vergleichen. Ja, ja. Das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Ja, ja. Baukanne oder so, da hast du außen ja nicht heiß. Ja, stimmt. Das ist schon ein anderes Konzept. Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, ist einfach, diese Tasse war unendlich heiß. Oh, Wunder. Von außen, ja. Auch der Griff anscheinend. Ich habe mir übelst die Finger verbrannt. Aber der Glühwein war halt lau warm nur. Ja. Also, es war in doppelter Hinsicht richtig dumm. Also, hat sich nicht richtig gelohnt, würdest du sagen. Ja. Komisch. Ja. Okay, ich würde vorschlagen, zum Abschluss dieses Themas, such doch nochmal dein persönliches Highlight raus, entweder von der guten oder von der schlechten Liste. Ich habe noch was richtig Gutes. Ja. Tagesaktuell eigentlich. Eigentlich wollte ich mit dem einsteigen, ja. Bitte vielleicht nichts, was mich komplett an deinem Verstand zweifeln lässt. Es ist ein 50-50-Ding. Die Chance, dass ich an dir zweifle, oder? Du jetzt auch, ja. Oh Mann, Alter. TikTok hat mich wieder kaufen lassen. Und zwar eine Maske mit LEDs. So diese, kennt man vielleicht sogar, so eine LED-Maske, da kannst du verschiedene Gesichter drauf machen kannst. War mega teuer, das Ding. Und ich saß vor dem Computer und habe gesagt, du wirst die niemals anziehen, du wirst sie niemals brauchen, aber ich will sie haben. Und die habe ich jetzt genau jetzt vorgestern für einen Instagram-Post auf Instagram angehabt, wo ich da ein gruseliges Meme draufgehabt, weil wann ziehst du eine Maske, eine LED-Maske an? Weil für dich ist es ungeil, weil du siehst nichts. Für die Leute ist das halt komisch, weil die sehen dich nicht, du hast eine LED-Maske auf. Wann trägt man eine Maske im Alltag? Weiß nicht, wenn du in die Bank gehst oder so? Ja, richtig, ja. Wer geht heutzutage noch in die Bank? Ich habe erst gedacht, geil, ich habe ein paar Livestreams damit gemacht, also ich habe live gegangen, mir ist aufgefallen, ich kann, also das war schon extrem schön, man konnte damit nicht zocken einfach, aber ich habe gedacht, das ist ein unique Selling Point. Nichts damit tun zu können. Also ich sehe da heute so einen roten Faden, also ich dachte, meine Sachen, meine Fehlkäufe sind einfach komplett undurchdacht, aber die brauche ich einfach nur nicht unbedingt, aber sie funktionieren in der Regel doch ganz gut eigentlich noch. Ja, aber wie gesagt, ich habe dann damit, dann habe ich gedacht, wäre richtig geil, wenn ich DJ wäre, wäre cool irgendwie, aber ich kann. Allein schon dieser Gedankengang, ja, wenn ich DJ wäre, wäre das cool. Ja, aber. Ich kaufe es mir mal, falls ich DJ werde. Ja, richtig, ich kann man mal brauchen. Oh, Max, ey. Ja, und dann habe ich gedacht, als Notweil-Halloween-Kostüme war, nee, auch nicht, also die verstaubt bei mir ewig. Ich habe gedacht, geil, ist so eine geile Maske, ist ein geiles Ding halt, aber wofür braucht man eine Maske? Wie viel kostet es den Spaß? Äh, ich glaube, also ich glaube, ich habe sogar die Deluxe-Variante gekauft. Natürlich. Mit, ähm, ich glaube, das einzige, wo der Unterschied war, dass es von einem alten USB auf USB-C umgesteckt wurde und der Akku ein bisschen größer war. Das war 100 Euro extra. Nee, ich glaube, die normale hat 80 gekostet und ich glaube, ich habe 100 Euro für ausgegeben. Eieieiei. Ja, war auf jeden Fall sehr teuer. Ja, ähm, ihr Lieben, eine sehr chaotische Folge neigt sich dem Ende entgegen nach rund zwei Stunden. Ähm, der Max hat nur einen Bruchteil von seiner riesigen Liste an irrsinnigem Schund heute kundgetan. Noch viel, viel mehr. Wenn ihr den Rest dieser Liste vielleicht noch kennenlernen möchtet, meldet euch gerne über mindcast-podcast.de, über das Feedback-Formular, über Discord, Instagram, TikTok, was auch immer. Oder sucht mich bei Facebook-Dating. Oh, tut es nicht. Sucht, sucht nach dem, nee, nee, komm. Max 27, schon teuer, ja, ich merke wieder nicht, ja. Ich, 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 ich sag's nicht. Nee, ich wollte, ich wollte das Bild beschreiben, äußerst abfällig, aber ich, nein, nein, das wäre nicht nett. Ähm, ja, ihr Lieben, das war eure heutige Dosis Mindcast. Viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr existiert noch im Bereich der, ja, wie sagt man? Nutzbaren Gehirnträger und ihr seid jetzt nicht nur mit Muß innerlich verkommen und verkümmert durch diese Podcast-Folge. Lebt lang und in Frieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Piep, piep, piep. Wir haben es erlebt. Die Mindcast ist hier zu saveen, die Games, movies und mehr. Für geeks und nerds. Your favorite podcast ever. The Mindstalker is on his way. The Mindcast is here to save the day. The Mindstalker is on his way. Talking about things the Mindcast way. You have to save the day. Vielen Dank.